Rot und weiß tragen wir auf der Brust Am Geisbockheim leben wir mit Freude und Frust Denn der Mann hat Toder, Krass nur da Auch genauer sind wir immer da Im Ostseestadion In Kopenhagen klingelt's Telefon Denn wir sind trotzdem hier 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 Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von trotzdem hier Dem Podcast über den 1. FC Köln Erneut dürfen wir hier über einen Sieg sprechen Und wir haben wahrscheinlich jetzt schon in dieser Saison über mehr Siege gesprochen Als in der gesamten vergangenen Saison kann ich mir gut vorstellen Und ich muss zugeben es macht gerade sehr sehr viel Spaß Fan des 1. FC Köln zu sein Und ja deswegen gibt es heute ganz viel zu besprechen rund um den 1 zu 0 Sieg über den SG Freiburg Ja und natürlich wie immer ist er da Der Hundesitter von Hattingen Der Marco Ja, hi Ich werde übrigens Patenonkel vom Therapiehund Steffen Baumgart Du wirst der Therapiehund von Steffen Baumgart Du musst in mir eben sitzen und so zwei Pfoten auf die Schultern drauf tun Wenn ihr sich zu sehr aufregt Auch das werden wir bestimmt zu späterer Stunde besprechen Muss ich mir eigentlich auch so Fußball schauen im Hause Ruhrpott Hennis vorstellen Papa hüpft vom Fernseher rum und die Kinder liegen so ein bisschen gelangweilt auf dem Sofa Äh, ähnlich, ja Ja Meistens stehe ich hinter dem Sofa Achso Also nicht so Barriere zwischen dir und dem Fernseher Ja, genau Man muss Distanz schaffen zum Fernseher Ja, verstehe ich Naja, bei mir liegt meistens ein alter Hund auf meinem Schoß Und wenn ich zu laut jubel, dann erschreckt er sich so doll, dass er anfängt zu pinkeln Vor lauter Schreck Das ist auch nicht so schön Tja, naja, egal Unser Gast kann es auch mal sehen, wie er Spiel des 1. FC Köln verfolgt Ich vermute auch mal eher nicht im Stadion Denn ich glaube, er wohnt auch räumlich ein bisschen getrennt vom 1. FC Köln Bei uns ist der Ottmar Moin Ottmar, grüß dich Ja, moin zusammen Vielen Dank für die Einladung Ja, ich komme wie du auch aus Hamburg Und bin seltener in Müngersdorf Und habe es auch vom Fernseher verfolgt Und als dann gestern feststand, dass ich heute bei euch eingeladen bin Habe ich es natürlich auch noch anders verfolgt, das Spiel Und habe mir das erste Mal auch ein paar Notizen zum Spiel gemacht Und ja, also nicht so wie Baumgart Ich habe auch keinen Hund Also ich hatte auch früher schon mal nachgedacht, wie Baumgart wohl das Spiel sieht Und ich habe es mir ungefähr auch so vorgestellt Und ich habe mich bloß gewundert Da waren ja noch viele andere Personen in dem Raum Die müssen ja dann auch alle in Quarantäne sein Das habe ich auch nicht verstanden Das war aber die Familie Also Mutter, also nicht Mutter, sondern Frau und zwei Kinder Aber ich weiß nicht, ob die auch schon Vielleicht leider auch schon positiv wären Und deswegen dann mit ihm da rumhampeln dürfen Oder ob die sich nicht isolieren Keine Ahnung, weiß ich nicht Aber musst du dich als Familienangehörige isolieren? Ja, du musst nicht Aber du willst ja deine Kinder nie anstecken, oder? Also wer macht das denn? Wenn er weiß, dass er positiv ist Wer geht denn dann in die Nähe seiner Familie? Das wäre schon sehr dubios Gut, aber was willst du machen? Der wird doch in irgendeiner etwas größeren Unterkunft Der wird doch irgendwie in ein Zimmer gehen können Ja, aber die ganze Zeit? Also zwei Wochen? Ja, ist doch logisch Also ist das Mindeste Also normalerweise müsste er dann isoliert sein Aber ich hatte gehört, dass er sich im Urlaub infiziert hat an der Ostsee Vielleicht war er dann mit seiner Familie da Und die haben sich alle zusammen infiziert Aber normalerweise Er hat ja auch einen Schnelltest vorher gemacht, der negativ war Kann ja auch sein Dass er so ein bisschen sicherer war Aber seltsam finde ich schon Wenn du positiv bist in die Familie Nicht in der Nähe Auch noch rumzuschreien Und dann möglichst viele Aerosole zu verbreiten Naja Weiß ich nicht Ja, okay Ja, geschenkt Geschenkt Aber da kommen wir nachher nochmal drauf Da haben wir noch eine Hörerfrage zu Da schieben wir ein bisschen nach hinten das Thema Wir bleiben erstmal beim Sportlichen Was ist denn deine erste Notiz, Ottmann? Dann können wir so ja mal in das Freiburg-Spiel einsteigen Meine erste Notiz war Nach 10 Minuten Abwehr steht ganz gut Und da war ich schon mal sicher Also weil Freiburg ist ja nun auch ein Gegner Der nicht zu unterschätzen ist Und da Hatte ich ein bisschen Bedenken gehabt Aber da war So mein erster Gedanke Die Abwehr steht ganz gut Und da war ich erstmal beruhigt Das ist nicht irgendwie Das ist nun länger nicht mehr so vorgekommen Aber so ein Blitztor Da hatte ich nun keine Lust drauf Und war dann erstmal beruhigt Dass das geregelt ist Also das ganze Abwehrverhalten Fand ich auch überhaupt Im ganzen Spiel auch erwähnenswert Ja, absolut Dass sie sehr stabil uns da gestanden hat Und das war auch einer der Punkte Oder einer von einigen Punkten Dass sie das Spiel dann auch gewonnen haben Ja, total Also das können wir jetzt schon mal gerne vorwegnehmen An dieser Stelle Also was Hübers da hinten alles rausgekloppt hat Fand ich schon wirklich beeindruckend Ich hab da auch mal eine Statistik Die gleich noch vorlesen kann Kilian Kleines bisschen Abfallen Gegenüber Hübers, würde ich sagen Aber Ja, Hübers war echt der Turm Ne, wie sagt man Der Turm in der Schlacht in dem Spiel Das war schon sehr gut Was der gespielt hat Muss man genauso sagen Da gebe ich euch recht Also tatsächlich Ich finde auch Im Vergleich zum Bochum-Spiel Sieht man schon Dass die jetzt deutlich eingespielter sind Also ich fand Im Bochum-Spiel Hab ich da durchaus Die eine oder andere Sache Wo ich gedacht habe Das sieht nicht koordiniert aus Ich fand Das sah jetzt schon Deutlich Koordinierter und besser aus Ja, absolut Man sieht, dass die jetzt natürlich Eine Woche Zeit hatten Sich einzuspielen Nochmal mehr Nochmal mehr So Stellungsspiel Und so ein Kram zu üben Das aufeinander abstimmen Üben und so Und die Statistik von Hübers Ist wirklich beeindruckend Zwölf geklärte Bälle Vier geblockte Schüsse 80% Zweikämpfe gewonnen Und 80% Kopfballduelle gewonnen Also das ist schon beeindruckend Schon nicht so verkehrt Ja Und das war jetzt ja auch nicht Gegen Kreuter Fürth Das war gegen eine Mannschaft Die Champions League Ambitionen hat Tatsächlich Ja Schon sehr, sehr gut Überhaupt kann man Also ja Liegt mir eigentlich fern Positive Dinge über den SC Freiburg zu sagen Tue ich aber trotzdem Alleine, da wir ja gewonnen haben Macht es ja immer Sinn Den Gegner besser zu reden Oder die an Stärken zu loben Es ist schon technisch Eine richtig gute Mannschaft Die Freiburger Also wenn du siehst Wie die so Alle von denen Wie die Bälle annehmen können Und so Das ist schon gut bei denen Muss ich sagen Ja, ich glaube Ja, stimmt Ich glaube aber auch Dass eben genau das Da jetzt zum Tragen kommt Was man jetzt auch So ein bisschen bei uns sieht Diese Sicherheit Zu wissen Wir stecken halt Nicht unten drin Weil ich glaube tatsächlich Dass das ein Wahnsinnsunterschied ist Ob du halt 32 Punkte hast Und auf Platz 6 rumspielst Oder vor dem Spiel Waren wir ja glaube ich Achter Achter, neunter Oder ob du halt Auf Platz 14 rumspielst Mit 8, 9 Punkten weniger Und ich glaube halt Dann gibt das Halt dir diesen Diesen Tick mehr Selbstvertrauen Also ich Ja, aber Ich bin auch positiv beeindruckt Also Freiburg Macht auch eine sehr, sehr starke Entwicklung durch Aber Ich glaube wir sind da auch Stand jetzt auf einem guten Weg Ja, wir müssen uns da nicht verstecken Und das haben wir mehr als wir Drei Punkte Vier Punkte oder so Ne, einen Punkt sogar nur Jetzt nach dem Spiel Genau Da müssen wir uns nicht vor verstecken Ich habe schon mal gesagt Die spielen genau wie wir Nur mit defensiver Stabilität Also 10 Gegentore weniger als wir Das ist glaube ich Der einzig große Unterschied Zwischen uns und denen Und selbst das hat ja In dem jetzigen Spiel Den Ausschlag nicht gegeben Zu deren Gunsten Also insofern Ja, müssen wir uns nicht verstecken Würde ich schon ganz genau so sehen Und was ich auch finde Das hast du gerade gesagt Marco Mit dem Wenn es gut läuft Dann geringen so Sachen Genau das habe ich bei dem 1-0 Oder vor dem 1-0 gedacht Da ist ja erstmal die Szene Wo Luca Kilian Von drei Freiburgern quasi bedrängt wird Und du denkst schon so Oh, der verliert den Ball jetzt Der verliert den Ball Und dann rennen da drei Freiburger Frei auf Marvin Schwebe zu Und das wäre halt In so einer schlechten Phase Wie letztes Jahr Genau das wäre passiert Da hätte dann Weiß ich nicht Wer hat damals da gespielt Rogge Miree oder so Den Ball verloren Gegen drei Freiburger Und die hätten sich aussuchen können Wer von denen das Tor macht Und wer den Ball Wem zupassen will Und so ist es halt so krass Dass der halt Sich quasi aus dem Pressing rausdreht In letzter Letzter höchster Not Und der Ball wirklich Passgenau in den In den Laufweg von Jan Thielmann Jan Uwe Thielmann schlägt Und ja Weiß nicht War das eigentlich Absicht Oder war das ein sehr sehr glücklicher Befreiungsschlag von Kilian Ich glaube Das war Ein Befreiungsschlag Also er hat ja auch schon Zweimal gestochert Das war das erste Mal Da hat er ein Gegenspieler Dann ist er drei Meter weiter gekommen Und dann waren zwei oder drei Spieler Um ihn herum Und Dann hat er gerade noch die Kontrolle Und den Ball gekriegt Hat sich gedreht Und ich glaube Er hat ihn einfach nur Nach vorne geschossen Und der kam genau An die richtige Stelle Der Ball Also Wenn er Wenn das Absicht war Dann war das Hervorragend Aber ich glaube eher nicht Er hat ihn einfach Wollte ihn eigentlich aus der Zone Raushaben So Glaube ich Ist es gewesen Ja Ich bin mir da nicht so ganz sicher Ich habe auch das Gefühl Ja Also Dass es jetzt Dass er jetzt genau bewusst Dahingespielt wurde Das glaube ich halt auch nicht Aber ich habe schon das Gefühl gehabt Dass grundsätzlich die Idee War den jetzt nicht sinnlos Wenn raus zu pölen Sondern Wenn man ihn raus spielt Dann auf einer der Seiten Und dann auf die gegensätzende Seite Zu spielen Dass jemand den dann natürlich So annimmt Und dann den Freiburger Ich weiß gar nicht War es Günther So nass machen Schlotterbeck Schlotterbeck Genau Schlotterbeck Mit seinen wunderbaren Haaren Genau Also Sorry Wie der den nass macht Das war schon War schon gut Also Und Dann im Prinzip auch diese Diese Kaltschnäuzigkeit zu haben Dann zu warten Und dann auf Genau im richtigen Moment Auf Modest zu spielen Da sind wir wieder bei dem Ding Wenn du einen Lauf hast Wie Modest Dann hast du einen Lauf Und dann nimmst du den Ball So direkt Und Bringst den hinten Ins lange Eck Und dann Ja Da sieht halt auch Ein tatsächlich guter Marc Flecken Im Tor von Freiburg Das sieht nicht gut aus Aber da kann er halt auch nichts mehr machen Weil der war tatsächlich Sehr 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 gut geschossen Und Hat da keine Abwehrchance Und dann steht es halt 1 zu 0 für uns Ja Das ist wirklich so eine Aktion Wie du jetzt schon gesagt hast Wenn es läuft Dann macht man das genauso Wenn es nicht läuft Entweder verliert Kilian den Ball Oder pölt den ins Aus Oder dem Tiermann Verspringt der Ball 700 Meter Und der Schlotterbeck Klärt den einfach Komplett souverän Ja Aber wenn es läuft Dann machst du eben Solche wunderbaren Tore Die man auch In durchaus und so Jahresrubblicken zeigen kann Wobei auch da muss ich zugeben Ich weiß auch bei Thielmann Nicht ob das wirklich 100 pro Absicht war Den so in den freien Raum zu legen Oder ob der dem echt versprochen ist Keine Ahnung Der hat ja eine gute Technik Also ich kann es ihm zutrauen Aber Es sah so So zufällig aus Irgendwie In dem gesamten Bewegungsablauf Also ich glaube Ich glaube auch nicht Zufällig Das war gewollt Also der Ball kam eben optimal Auch Für ihn Also er War in der Vorwärtsbewegung Hat nach hinten geguckt Den Ball gesehen Und er wusste genau Ich weiß nicht ob er wusste Dass es Schlotterbeck ist Aber er wusste Dass er ein Abwehrspieler ist Und er wusste Dass er an ihm dran ist Und er wusste auch vorher Dass er den Ball rechts Oder links Von dem Abwehrspieler Vorbeischießt Und er An dem Ball vorbeiläuft Und er in der Vorwärtsbewegung war Und Schlotterbeck Hätte eigentlich nur eine Chance gehabt Wenn er den Ball Vorher erreicht hätte Aber das konnte er gar nicht Und dann Hatte Thielmann freie Bahn Und er wusste auch Dass das ganze Feld frei war Dann war ja nur noch Ein Abwehrspieler Da Ich weiß nicht wer das Jetzt war Das war Lienhard Denke ich mal Ist da gewesen Der ist dann auf Thielmann zugelaufen Und dann Ist er noch ein paar Meter gelaufen Und dann spielt er auf Modest Der dann am 16er Völlig frei stand Und Ja Also ich weiß jetzt nicht Also Wer das noch so gemacht hätte Aber Das hat natürlich auch viel Mit dem Selbstvertrauen Von Modest zu tun Was er jetzt hat Aber den Direkt am 16er Ich hab's mir noch ein paar Mal angeguckt Der hat wirklich vom 16er Geschossen Mit dem Innenspann Und hat ihn Angeschnitten Um den Torwart rum Der hatte Überhaupt gar keine Chance An den Ball zu kommen Also Vielleicht wäre ein anderer Auf den Torwart zugelaufen Aber das fand ich Das war so ein perfekter Ab dem Zeitpunkt Als Thielmann den Ball hatte War das ein perfekter Spielzug Und ich weiß nicht Wann ich Das letzte Mal So ein Spielzug Vom FC gesehen Ja Definitiv Man muss auch sagen Das Aber das war ein Spielzug Das ist man vom FC Nicht gewöhnt Ein optimaler Spielzug Und ich glaube Da hätten auch andere Keine Chance gehabt Also Schlotterbeck Ist ja nun auch nicht Ein Verteidiger Das ist einer der Talentiertesten Bundesliga-Verteidiger Also Dass er den so ausspielt Also ich glaube Und der hat einfach Keine Chance gehabt Also ich fand Der hat keine Chance gehabt Also In dem Moment Ja definitiv Also der hat definitiv Auch Lehrgeld bezahlt In der Situation Ich habe auch überlegt Hätte er ihn faulen können Aber das war so perfekt Gespielt Der hätte es nicht mal Geschafft Den Thielmann Mit einer Notbremse Von den Beinen zu holen Oder so Weil der dem so Weit enteilt war Also das war auch Von Thielmann Wirklich super gemacht Überhaupt finde ich Das ganze Spiel Von Thielmann War super Bärenstark Aber auch genau Ich will nochmal ganz kurz Den Modi-Abschluss Loben Der war definitiv Absicht Das kann man sagen Du hast es gerade ja schon Beschrieben worden Also den so perfekt In so einer So einer So einer Schnittparabel Um den Torwart rumzuziehen Ins entgegengesetzte Eck Also ganz großen Respekt Das machen die wenigsten Bundesligaspieler Auf diese Art und Weise Das ist vielleicht auch nochmal Ein bisschen so eine Ansage An alle Die immer so unken Dass er nur mit dem Kopf Tore machen könne Der Modest Nein Er kann es auch mit dem Fuß Hat er ja auch schon Gegen Bochum Gegen Bochum Gegen Heber Das war eine ähnliche Situation Genau Da war es das Einzige Was er machen konnte Oder Ein Heber Und den macht er Und perfekt Und dieser Genauso perfekt Absolut Ist auch wirklich faszinierend Dass er es immer noch schafft Feigelassen zu werden Von seinen Gegenspielern Also hier der Lienhard Hätte sich auch denken können Ja lass den Timon mal schießen Der kommt aus dem schlechten Winkel Und ich bleib bei Modest Ja wobei Wenn Lienhard bei Modest bleibt Also Modest läuft ja Ich sag jetzt mal vorsichtig An der Grenze des Sechzehners Also wenn Lienhard bei ihm bleibt Dann hat Dann hat Timon ja Zeit In die Mitte zu ziehen Also Lienhard muss sich ja Für eine der beiden Das muss sich ja entscheiden Bleib ich bei Modest Dann läuft halt Timon durch Und da keiner Und ich sag mal Da Schlotterbeck ja tatsächlich Da schon mit Abstand Zu Zu Timon läuft War das tatsächlich Der wahrscheinlich Sinnvolle Weg Da auf Timon raus zu gehen Weil Auch nochmal Wir wären nicht der FC Wenn da der Pass Nicht zu Modest ankommt Also das haben wir auch schon Diese Saison schon Auf genug gesehen Und Also tatsächlich War Wenn wir jetzt mal sagen Das war gewollt Von Von Luca Kilian Dann war es fast Der perfekte Angriff Ja Ja Auf jeden Fall Der Massehaus geht noch nicht viel Also das kriegt der glaube ich Die beste Abwehr der Welt Schwerlich verteidigt Das stimmt Ja also Ich denke jetzt an der Stelle Genug gewürdigt Man muss ja auch sagen Davor war ja schon mal Eine dicke Chance Von Modest Die auch Thielmann aufgelegt hat Diese Kopfballchance Von Modi Wo ich ja schon dachte Das ist normalerweise Das safe 1-0 Aber hat sich halt Dieses Kabinettstück Da für das 1-0 aufgehoben Ja Und insofern Gehst du halt dann mit einem 1-0 Erstmal in dieses Spiel rein Nach 20 Minuten Was ja auch nicht Allzu oft passiert Beim FC Dass wir gegen Freiburg Mal in Führung liegen Ja man muss auch sagen Glück und Schwebe Dass wir dann auch Mit dem 1-0 In die Halbzeit gehen Weil er nochmal Eine sensationelle Parade Ausgepackt hat Der gute Marvin Schwebe Auch den kann man glaube ich Als einen Der Spieler des Spiels Hervorheben Neben Jan Thielmann Der wurde auch In dieser FC-Umfrage Zum eben Spieler des Spiels Gewählt Und ja Kommen wir Das war eine wirklich Fantastische Parade Hält nicht jeder Bundesliga-Torwart so Es hält auch nicht Jeder Schrieper Das 1. FC Köln so Ja Also Thomas Kessler in Ruhe Was hat in der Denk dran Naja Tatsächlich Muss man sagen Marvin Schwebe Hat auch komplett In diesem Spiel Gezeigt Dass er durchaus Zu Recht Unsere aktuelle Nummer 1 ist Also Wirklich Wirklich sehr 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 Stark Vor allem Was ich an dem Ganz cool finde Wie ansatzlos Der springt Also Ich weiß gar nicht Der hat ja eine Reaktionszeit Bei diesen beiden Schnauzen Bei dem zweiten Sogar noch ein bisschen Weniger als bei der Jetzt wegen Verdeckt und so Eine Reaktionszeit Die muss ja irgendwo Keine Ahnung Unter einer Sekunde liegen Dass er es noch schafft So schnell in die Ecke Zu kommen Das ist schon Richtig Richtig gut Von ihm Von Marvin Schwede Ja Da gebe ich dir recht Das war wirklich Sehr sehr stark Dann haben wir die erste Halbzeit glaube ich An dieser Stelle Zu Ende besprochen Freiburg hat sich In der Halbzeit Irgendwas überlegt Und hat umgestellt Hat dann Schallay Für Kevin Schade Gebracht Kevin Schade Sehr sehr oft Außerhalb seiner Position gewesen in der ersten Halbzeit Hat die Von der Sektor Sehr viel Freiräume Ermöglicht Das kann nicht Im Sinne von Christian Streich gewesen sein Und ich vermute mal Die Einwechslung War dann auch eine Reaktion Auf diese taktische Undiszipliniertheit Sag ich es einfach mal Von Kevin Schade Das hätte ja auch fast Dann schon zum 1-1 Geführt Dieser Wechsel Weil ja Günther den Ball Auf Soloy Gepasst hat Der dann eben Ins linke Unterer Ecke Gezielt hat Nachdem halt Hat wieder so ein bisschen Ärgerlich Bei uns hat dieser Freistoß Jubicic pennt Und dann siehst du schon Genau das Unheil Entfaltet sich Vor deinen Augen Als Zuschauer War auch gar nicht Schlecht gespielt Von den Freiburgern Muss ich sagen Aber Heute war so ein bisschen Der Abend des Kevin Schlotterbeek Glaube ich Denn der junge Mann Stand zumindest Laut VAR Im aktiven Eingreifenden Abseits Das hat ja rückwirkend Dann sowohl Christian Günther Als auch Christian Streich Auf die Palme gebracht Die waren der Meinung Es wäre kein Abseits gewesen Weil der Schwebe Eh nicht reinkommen Wer an den Ball War ihre Argumentation Ja wie seht ihr das Ist das so Oder sagt das Der Verlierer Weil er verloren hat Ich würde sagen 50 zu 50 Habe ich am Anfang gedacht Also als das Tor fiel Habe ihn schon Schlotterbeek Da auf dieser Position Gesehen Aber mir war auch Nicht so klar Aber als Schwebe Hat er auch eine Komische Bewegung gemacht So auf die andere Seite Und hat es dann ja auch Gleich reklamiert Dass Schlotterbeek In Abseits stand Aber Dann hatte ich mir Heute nochmal Eine Wiederholung Angesehen Und als der Ball Geschossen wurde Da ist Schlotterbeek Ein Schritt Zur Seite gegangen Also wenn Wenn der nicht Zur Seite gegangen wäre Dann Dann wäre Angeschossen worden Und da war für mich Klar Das war Dann Abseits Also der ist Aufs Tor gegangen Und ist nur Aufs Tor gegangen Weil Schlotterbeek Zur Seite gesprungen wäre Sonst wäre der Von Scharlay Angeschossen worden Also Ich Ich kann Christian Streich Ein bisschen verstehen Denn Das sage ich Weil ich bin jetzt Nicht unbedingt der größte Christian Streich Oder SC Freiburg Fan Ich überlege immer so Was hätten wir Als FC Fans gedacht Wenn wir genau Dieses Tor nicht bekommen hätten Ich glaube tatsächlich Ich wäre vom Fernseher Ausgerastet Weil Ist das Ist es eine Behinderung Ich meine Wenn er natürlich Getroffen wird Und getroffen worden wäre Und nicht zur Seite geht Ja gut Dann kann man sagen Ja gut Dann geht Marvin Schwäbe Natürlich in ihren Recke Weil er weiß Dass Schlotterbeek Sonst angeschossen wird Aber Boah Ich Glaube Da haben wir Ein bisschen Glück gehabt Dass die Regel so ist Nö Das sehe ich nicht so Ich finde das ist ganz Klares aktives Abseits Der Schwebe geht ja Nur deshalb In die andere Ecke Weil er vermutet Dass der Schlotterbeek Noch mit seinem Außenriss drankommt Und den Ball Gegen die Laufrichtung Schieben will Nur deshalb macht er Diese komische Bewegung In die falsche Richtung Sonst wäre er einfach Langgegangen Wenn er keiner stünde Wenn er einfach frei wäre Dann wäre ja der Schwebe In das lange Eck gegangen Logischerweise Deswegen macht es überhaupt Keinen Sinn für ihn Irgendwie in die andere Richtung zu springen Wenn da nicht noch Kämmerstadt Da wirklich rumstehen würde Und deswegen ist das Natürlich ein ganz klarer Eingriff in die Spieldynamik Und damit halt aktiv Ja Ja Ich weiß nicht Also Ich kann es recht haben Aber ich Glaube halt Dass Da haben wir tatsächlich Glück gehabt Ich weiß nicht Ob man das so Overrulen muss Muss Tatsächlich Der hat ja nicht Overruled Der hat da rausgegangen Und geschaut Der Schiedsrichter Ja Ja oder sich Ja Der hat gesagt Der ist im Abseits Das ist ja ein Fakt Dass der im Abseits Das ist ja unstrittig Er hat dann gesagt Hast du gesehen Dass der im Abseits war Und dann hat Brich gesagt Nee Hab ich nicht gesehen Dann sagt er Ja geh mal raus Ob du das als aktives Abseits Oder als passives Abseits Definieren würdest Und dann hat er sich angeschaut Also da war jetzt kein Overruling für mich dabei Genau Ja aber Wie gesagt Mit Christian Schrei Und dem SC Freiburg Kräfts jetzt nicht die Falschen Also Das stimmt Also finde ich jetzt Persönlich nicht so tragisch Doch Gegen uns trifft es nie Den falschen Wenn jetzt der Gegner ist Also egal Ja Ja Stimmt Ja Muss man aber auch mal sagen Wir haben dieses Jahr Mehr Glück Mit diesen VR-Entscheidungen Als letztes Jahr Oder mehr zu unseren Gunsten Auch das muss ich sagen Letztes Jahr Wäre das Ding 100% Nicht Also wäre Hätte gegolten Und wäre nicht Aberkannt worden Letztes Jahr Hatten wir ja echt Ganz viel Pech Ein Hacken Was den VR angeht Ob das jetzt ist Dass die alle Angst haben Dass Steffen Baumgart Denen da die Hand auf die Schulter Drauf legt Oder was Keine Ahnung Ja Auf jeden Fall haben wir jetzt Deutlich mehr Glück Selbst im Pokal Das war ja eine richtige Entscheidung Unterm Strich Nur eine beschissene Regel Aber trotzdem Eine richtige Regelauslegung Ja Naja Nehmen wir mal Wie es ist Und Also ich verstehe Christian Streich nicht Das liegt aber jetzt Einzige Länder an Dass ich kein Badisch spreche Das liegt doch an der Sprache Meinst du Genau Aber überhaupt Ich muss aber mal sagen Bei dem ganzen Abgekulte um Christian Streich Mir geht der Typ Total auf den Sack Mir geht der so auf den Sack Der hat zu allem Eine Meinung Und Dann immer mit seinem Oh ja Da mischen die auch mal Die andere Frage Und Ja Im Brasilien brennt der Regenwald Also Ne Der soll einen Podcast machen Und da seine Meinung Zum Besten geben Aber Dieses unkritische Abgekulte Das stört mich total Übrigens auch bei Baumgart Wenn der unkritisch Abgekultet wird Da kommen wir nachher Nachher bei dem Home Video drauf Also es ist nicht nur Bei Christian Streich Aber generell so dieses Och der ist so ein Reflektierter und kluger Mann Der sagt so schlaue Sachen Der geht mir nur auf den Sack Ja mir geht schon der Dialekt Auf den Sack Aber das Ja Das steht auf einem anderen Blatt Ja Das auch Naja Wir bleiben mal weiter In der Chronologie Des Spiels Würde ich vorschlagen Also 1-1 zählt nicht Es bleibt bei 1-0 für den FC Direkt danach Verdient sich der FC Quasi nochmal ein paar Chancen Zum 2-0 Leider kann er sie nicht nutzen Besonders prägnant Hat es den Einschuss Von Florian Kainz Den eben Der schon mehrfach erwähnte Schlotterbeck von der Linie kratzt Da war der Torwart schon geschlagen Der hat auch genau Ins lange Ecke passt Glaube ich Aber es ist halt schade In Situationen wie denen Muss man halt irgendwann auch mal Als nächsten Entwicklungsschritt Jetzt So für die Zukunft gesehen Mal den Sack zumachen 2-0 Dann ist das Spiel Dann ist das Spiel Glaube ich relativ schnell Tot Das fehlt noch so ein bisschen Dass wir das schaffen Solche Druckphasen Dann auch mal in Tore umzumünzen Aber trotz allem Ist es ja gut Dass wir es überhaupt schaffen Jetzt solche Druckphasen Rauszuspielen Das war letztes Jahr Ja auch ganz anders Und das Man sieht die Entwicklung Und ich sehe das nur Als einen weiteren Step Auf der Entwicklung Irgendwann dann auch mal So Union Berlin mäßig Quasi einfach Total humorlos Und 2-0 hinterher Und dann Zapp boom Ende Ja Aber ich muss auch Ganz ehrlich sagen Also ich hatte Nach Nachdem wir halt Dieses Tor Das Tor Aberkann bekommen Hatte ich Das Gefühl Dass wir halt Nicht wackeln Genau Nämlich dieses 57. Minute Und dann haben wir ja Noch so eine Konterschance von Duda Und Auch noch so ein Ding von Ich glaube das waren wir schon Mitte der 70. Minute Irgendwie Wo Ich glaube Es ist Ich glaube Es ist Nimmst du den Schlenker Von Jubicic oder was? Nee Nee Wo Keins noch mal Auf Modest spielt Im 16er Und dann Ich glaube ich Auch Schlotterbeck Wieder dazwischen ist Also Tatsächlich Haben wir ja Konterschancen gehabt Ich gebe dir recht Eigentlich muss man davon Irgendwann einer machen Aber ich finde Wir haben weiterhin Konzentriert gespielt Also wir haben nicht Dieses Typische 1. FC Köln Oh je Jetzt alle an den eigenen 16er gespielt Nee Wir haben halt taktisch Umgestellt nach dem Annullierten Tor Hat ja auch André Pavlak gesagt Im Nachgespräch Hat also auf ein klares 4-2-3-1 umgestellt Mit Jubicic auf der Doppel-6 Neben Sully Und das hat uns einfach Geholfen Stabilität Rein zu bringen Aber auch das finde ich gut Dass solche Impulse Von der Bank kommen Egal ob da jetzt Baumgart steht Oder halt Pavlak in dem Fall Weil auch da muss man sagen Das wäre jetzt wahrscheinlich Bei Gisdol Auch anders gelaufen Ja klar Da hättest du erstmal Da zwei Verteidiger gebracht Das ist wahrscheinlich Vorher wird ja nicht gewechselt Bei dem Ja genau Da hättest du wahrscheinlich Chabot und Isibue gebracht Und mit sechs Mann Auf eine Linie gestellt Und dann hätte wieder keiner gewusst Wer welchen Mann nimmt Und sich dann wundern Wenn es schief geht Ja genau Also Ja 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 Das war schon War schon tatsächlich Sehr 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 Genau Und das sagt Baumgart Doch auch in diesem Home Video In seinem Schreikommentar Da Die sollen nach vorne spielen Und werden hier noch drei Tore kriegen Ja Das ist glaube ich so Die Die große Philosophie Von Steffen Baumgart Die wir jetzt hier seit 21 Spielen bewundern dürfen Das ist wohl wahr Das ist richtig Und was mir halt Ganz zum Schluss aufgefallen ist Dass wir zum ersten Mal Gefühlt abgezockt spielen Diese Ecken Da in der Nachspielzeit Ja Nicht halt da irgendwie Reingebolzt Sondern tatsächlich So gespielt Dass man Zeit von der Uhr nimmt Und weiterhin im Ballbesitz bleibt Habe ich beim FC glaube ich Lange 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 nicht mehr gesehen Ja Definitiv Also allein dieser coole Move Von Schaub Sich da um den Verteidiger rumzudrehen Und dann quasi mit dem Gesicht voran In den Strafraum Ziehen zu können Das ist natürlich Pech Dass seine flache Reingabe Da geblockt wird Ich glaube auch wieder Von Stotterweg sogar Weiß ich gar nicht Aber das war ein geiler Move Alleine Allein wenn du dadurch Ja nochmal eine Ecke rausholst Und damit wieder Zeit Von der Uhr nimmst Und dem Gegner auch genau Sagst hier Freunde Wird nicht leicht für euch Also passt auf Oder ihr kriegt hier noch Das 2-0 Ja Ja Das stimmt Da bin ich voll bei dir Ja Das war ja auch schon Die ganze Zeit vor So das ganze Spiel Hatte ich nie Den Eindruck Man hat schon gemerkt Der Druck wird immer größer Von Freiburg Und die hatten immer mehr Spielanteile Und Aber ich hatte nie so die Angst Also jetzt Der Ball wurde nicht rausgebolzt Es war Alles irgendwie Defensiv kontrolliert Sowohl vom Mittelfeld Als auch Hinten in der Abwehr Und da passte das auch zu Wie das Spiel nachher endete Es war alles Irgendwie kontrolliert Also sie haben sich Diesem Druck gestellt Und hatten immer eine Antwort Also und da In der letzten Saison Da saß ich vor dem Fernseher Und hab gedacht Mensch Ist es jetzt nur noch Eine Frage der Zeit Bis das 1-0 Oder das 2-0 fällt Und jetzt Hätte es natürlich auch sein können Dass man Ball abspringt Wenn er in den 16er reingeht Oder der von Günther Dieser Schuss Den Schwebe so gut gehalten hatte Der hätte ja auch reingehen können Also der war eben hervorragend gehalten Aber trotzdem hatte ich insgesamt Das Gefühl Dass die Dass die Abwehr Nach wie vor steht Und Kontrolliert auch steht Und nicht irgendwie Wie ein Hühnerhaufen Wie es sonst Auch gewesen ist In der letzten Saison Umherläuft Und Also ich war Relativ ruhig noch Während des Spiels Und das war Neben zum Schluss Auch so Also das war Cleverness Die man gar nicht so Vom FC gewöhnt ist Richtig Ich hatte genau Einmal noch Panik Also Zweimal genau genommen Das erste war Einwechslung Nils Petersen Und das zweite war Volley-Schuss Nils Petersen In der 91. oder so Weil sagen wir mal ehrlich Wenn dieses Spiel Noch eine Wendung genommen hätte Dann durch Nils Petersen Und das glaube ich Haben wir alle mehr als einmal Erlebt Dass dem so ist Ich hätte noch Im Winter gekauft Nur um ihn halt Nicht mehr gegen uns Treffen zu sehen Aber so ist er noch besser Geld gespart Und er hat trotzdem Nicht getroffen Also insofern Alles richtig gemacht FC Ne also selbst das Hat nichts mehr anbrennen lassen Die Einwechslung von Nils Petersen Sehr gut Ne Wie ihr gesagt habt Also wirklich toller Reifer Erwachsener Aufstritt vom FC Lange nicht mehr gehabt So was In dieser Souveränität Das zu gewinnen Über 90 Minuten Für mich auch wirklich Eine der Wenn nicht gar die beste Saisonleistung Über 90 Minuten Hinweg gesehen Also Ja Top Kann nur so weitergehen Das stimmt Weitergehen Muss es am Wochenende Jetzt am Freitag Wieder mal ein The Zone Spiel Gegen Rasenball Sport Leipzig Die liegen uns ja Ganz gut Wie ich finde Aber natürlich Trotzdem ein schweres Spiel Gerade weil die jetzt Wieder verloren haben Und gucken müssen Dass sie irgendwie Anschluss an die Europa League Plätze halten Die ja ein gewisser 1. FC Köln Dass sie in Leipzig Das hat man ja bis jetzt Vor dem 22. Spieltag sitzen Uns Darüber unterhalten Der große Vorteil Hertha haben wir schon weg Gladbach Wolfsburg Worum haben wir weg Mainz Aber nochmal Die nehmen sich auch Alle untereinanderpunkte weg Also Zur Not reichen sogar 5 Unentschieden Wahrscheinlich Wahrscheinlich Auch das Und Wir haben ja gesehen Ich habe das In der letzten Podcast Folge Nach dem Spiel Gehen in den VfL Wir Uns reichen Ich glaube Da habe ich gesagt Drei Siege Und dann habe ich Aufgeführt Stuttgart Bielefeld Führt Und Jetzt haben wir Mit diesem Ich sage mal Vorsichtig Nicht eingerechneten Sieg Gegen Freiburg Natürlich schon mal Uns ein bisschen Druck genommen Und dadurch Dass Bielefeld Und Augsburg Jetzt so langsam Anfangen zu punkten Ist das auch Extrem wichtig Damit wir Weiter So ein bisschen Den Kleinen Traum Euroleague Träumen dürfen Noch Aber weiterhin Den Abstand Nach unten halten Und das ist Eigentlich Viel 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 Wichtiger Ich möchte nicht Irgendwann Mit einer Niederlagenserie Von 5 Spielen Irgendwie da unten Landen Und dann Sagst du Oh Mensch Aber wir waren Doch Am 21. Spieltag Haben wir doch Um die Europa League Gespielt Weil das Interestet dann Auch keinen mehr Immer Bremen Als Mahn Das Beispiel Im Kopf Halten Letzte Saison Habe ich schon mal Gesagt Hier wiederhole ich Gerne nochmal Weil die Die hatten Eine ähnlich Komfortabe Situation Wie wir Zum 23. Spieltag Hing Glaube ich Ich schaue euch mal nach Wie es genau War Aber Die haben es halt So ein bisschen Einschlafen Lassen Und gedacht Wie läuft Ist ein Selbstläufer Vielleicht geht Nach oben Noch irgendwas Und sind dann Sankt und Klanglos Übrigens Gegen uns Abgestiegen Weil wir Überholt haben Am letzten Spieltag Mit einem Zitter 1-0 Gegen Schalke Ja Also kann schnell Gehen Aber ich glaube Einfach Dass Baumgart Das auch nicht Zulassen wird Dass da Einer von uns Das wollte ich Gerade sagen Kannst du dir Vorstellen Dass Unter Baumgart Der FC Einschlägt Also ich kann es mir Nicht Ich hoffe es nicht Also ich glaube es auch nicht Und ich hoffe es auch nicht Also tatsächlich Spielen wir dafür Auch tatsächlich Zu stabil Und Genau das Also tatsächlich Muss man ja auch noch sagen Also Wir haben ja jetzt Obwohl er zurück war Ohnes Giri gespielt Also Unser Kader wird ja Tendenziell Zu den nächsten Wochen Eher noch stärker Und demnach Weiß ich nicht Ich sehe jetzt nicht Die große Gefahr Dass wir da jetzt Unten reinrutschen Aber trotzdem So Adelauge Sehr wachsam Will ich Bin ich halt auch froh Dass wir da halt auch Erst gar nicht In diese Beregnung Das kommen Ich glaube nicht Ich glaube ehrlicherweise Auch nicht Dass es passieren wird Oder dass wir absteigen Weil ich halt Tatsächlich dafür Stuttgart Und Fürt aktuell Für Zu angeschlagen Bielefeld Augsburg Man muss auch gucken Wie der VfL Bochum Da weiterspielt Nochmal Die sind auch Aufsteiger Das kann immer mal So sein Dass die mal ihren Hype Verlieren Und dann Da unten tatsächlich Wieder mit reinrutschen Aber Solange wir da oben Unsere Dinger machen Sind wir auf einem Sicheren Weg Und Ich kann mir vorstellen Dass wir gegen Leipzig tatsächlich Das wird sicherlich Kein einfaches Spiel Es kann auch bitter Böse in die Hose gehen Weil eben Baumgart Weiter offensiv Spielen Lassen wird Dann kann das mal In die Hose gehen Aber Vielleicht Ist es gerade Gegen so Gegner Auch gar nicht verkehrt Dann Sein eigenes Spiel Zu machen Und halt Auf Konter zu lauern Weil die Chancen Werden wir sicherlich bekommen Und mit einem Gut aufgelegten Modest Und Warum soll da nicht Was funktionieren Also Ich Sehe das tatsächlich Vorsichtig Optimistisch Und Freue mich tatsächlich Auf das Spiel Das hatte ich Letzte Saison auch nicht Das hatte ich Letzte Saison auch Eher weniger Dass ich mich auf Spiele Gefreut habe Ja Wir werden unter Baumgart Mal eine Niederlagenserie haben Von drei, vier Spielen Wo nichts geht Und wo das alles Ganz schlecht aussieht Was jetzt gerade So wunderbar funktioniert Modest wird auch nicht In jedem Spiel Wahrscheinlich ein Tor schießen Lass den vielleicht auch mal Eine kleine Trockenphase haben Wo nichts läuft Oder so Dann kann das auch mal In die andere Richtung gehen Aber Trotz allem glaube ich Der Fußball Den du spielst Ist so Nachhaltig Und so Erfolgsversprechend Dass du auf jeden Fall Noch diese fehlenden Sechs, acht Punkte holst Europa League Hast du gerade so Als Traum genannt Ja klar Natürlich ist es als Fan Schon ein Traum Aber Ich habe noch zu präsent Vor Augen Was letztes Mal Passiert ist Als wir in die Europa League Eingezogen sind Mir wäre es gar nicht So ganz unrecht Wenn wir irgendwie Am Ende der Saison Achter würden Oder vielleicht sogar Neunteilig Aber noch ein bisschen besser Weil es ja nicht ganz so Bitter war Alle sagen Tolle Saison Aber du nochmal Ganz in Ruhe Dich entwickeln kannst Und vielleicht nicht noch Irgendwie so ein Wahnsinnsangebot Von irgendeinem Sau Die für Modest kommt Und so Oder Thielmann Wird ja weggekauft Von, was weiß ich Dortmund oder so Also vielleicht Ist es gar nicht so schlecht Wenn wir diesen Traum Einfach schnell beerdigen Ja ich treu Ja Aber Aber warum Also Nochmal Also wichtig Klar wichtig ist Ich sag mal so schnell Wie möglich 38 40 Punkte voll machen Und wenn du dann halt Noch genug Spiele hast Dann hast du doch Keinen Druck mehr Da können doch Die Jungs Einfach mal Befreit aufspielen Also ich Bin bei dir Ich glaube auch nicht Dass wir Sechster werden Ich glaube auch nicht Dass wir Siebter werden Am Ende Gebe ich dir recht Werden wir Achter oder Neunter Weil eben Leipzig und Hoffenheim Um uns überholen werden Vielleicht auch Frankfurt Dann sind wir Neunter Ja aber wenn wir Neunter werden Dann ist das eine Wirklich richtig Richtig gute Bundesligasaison Von uns gewesen Und Aber Warum sollen nicht Mit irgendwie 2, 3, 4 Siegen Mit denen wir jetzt Nicht rechnen Da noch mehr drin sein Also Ich würde es jetzt Erstmal per se Nicht abschreiben Völlig Also wir sind Wir sind mit in der Verlosung der Teams Die da drum mitspielen Und die Fängt bei mir So bei Mainz an Mainz, Frankfurt Hoffenheim, Leipzig Wir, Freiburg Und Nürnberglin Ich Rechne uns Per se Von all den Teams Auch die wenigsten Chancen ein Einfach was Den Die Qualität Im Kader Anbelangt Und vielleicht Auch so ein bisschen Diese Kaltschnurzigkeit Hinten raus Aber Warum sollen wir nicht Wieder der Lachende Dritte sein Meine These Wir werden in diesem Jahr siebter In dem Ein Jahr Wo Platz sieben Nicht reicht Das glaube ich Auch Genau Weil Hannover den DFB-Pokal gewinnt Gegen Leipzig Oder Gegen Leipzig Ja Irgend so was Genau Das ist meine Arbeit Das wäre der Peak Erste Hälfte Köln Aber Gut So ein bisschen Haben wir ja Diesen Trottel-Vereins-Image Gerade auch Überwunden Dank Baumgott Und den anderen Handelnden Personen Insofern Sind wir mal entspannt Und schauen Was am Ende Übig bleibt Jetzt habe ich gerade Gesagt Wenn dann so ein Wahnsinnsangebot Für Modest Von irgendeinem Saudi Hereinfliegt Damit spielte ich Natürlich auf die Abgelaufene Transferperiode an Denn dort kam ja Ein solches Angebot Und was man hört Muss dieses Angebot Sehr unmoralisch Gewesen sein Da würde mich Eure Einschätzung Zu interessieren Muss der Erste FC Köln Angenommen Modest Sagt er würde das Machen wollen Der wollte ja nicht Aber angenommen Er sagt Ja doch Kann ich mir vorstellen Noch mal zwei Jahre Nach Saudi-Arabien zu gehen Oder drei Jahre Noch mal richtig dick Abzukassieren Wenn er jetzt sagt Ich würde das machen Aber ich kann mir Vorstellen zu bleiben Entscheide du Lieber Erste FC Köln Was muss der Erste FC Köln An der Stelle dann tun Müssen wir das Geld Nehmen und uns Auf Jahre hinaus Sanieren Oder muss man Den einzigen Stürmer Der bei uns Tore schießt Verhalten Sportlich gesehen Müssen sie ihn Natürlich verhalten Ja Also ich bin Tatsächlich Da sehr sehr Vorsichtig Weil Keiner Also es wird immer Ja das war Hoch Ja aber was heißt Hoch Also Wird wahrscheinlich Keine 40 Millionen gewesen sein Sagen wir einfach mal Es wird Ich weiß jetzt nicht Wie hoch der Marktwert Von Modest ist Das werde ich jetzt Kurz eruieren Ich würde mal sagen Modest Marktwert Liegt wahrscheinlich Irgendwo bei Zweieinhalb Millionen Oder Ja okay Kannst du nachgucken Aber Das Angebot Wird schon zweistellig gewesen Dann lass es Pass auf Dann lass es 10 Millionen Euro sein Wir sagen einfach mal Das Angebot Transfersumme 10 Millionen Euro Du musst dir auch Erstmal dann Einen Stürmer Verpflichten In der Winterpause Der dir halt In der Rückrunde 14 Tore schießen Also Ich weiß nicht Der genaue Wortlaut war Exorbitantes Angebot Von Jörg Jakobs Exorbitant Ja aber Klingt für mich nach mehr Als 10 Millionen Ehrlich gesagt Also ich bin Ehrlicherweise Froh Dass Modest Geblieben ist Weil Du weißt nie Also ein Transfer Kann immer floppen Egal wie viel Geld Du für diesen Spieler Ausgibst Egal wie gut Der vorher war Wenn wir jetzt Ich sag jetzt mal Einen Max Kruse Verpflichtet hätten Der ja für Vermeidliche 5 Millionen Von Union Nach Wolfsburg Gangen ist Dann kann das Funktionieren Das kann einfach scheitern Und Diese 10 Millionen Oder Selbst wenn wir von 20 Millionen Euro sprechen Transfersumme Die bringen dir gar nichts Wenn du am Ende Mit dem Ich sag mal Ersatzstürmer absteigst Ja Absteck ist immer teurer Als Wenn du so eine Abstiegssaison nimmst Da verbrennst du bestimmt Mehr als 20 Millionen Euro Im Vergleich Also in Summe Fehlende TV-Einnahmen Dann verlierst du ja auch Auf die nächsten Jahre Geld in dieser TV-Ranking-Liste Weil du in der Zweiten Liga Gespielt hast Du hast weniger Transfereinnahmen Weniger Einnahmen Über die Sponsoren Weil da ja auch In den Sponsorenverträgen In der Regel Die zweite Liga Weniger Einbringt Ich weiß nicht Ob das so gut wäre Und Du musst dir auch Erstmal jemanden Verpflichten Und Wie gesagt Ich Glaube auch Genau deswegen Hat der FC gesagt Hör mal Hörst dir an Also man hat sich ja wohl Zusammengesetzt Und dann Hat der FC Vermeidlich gesagt Also man muss ja jetzt Erstmal den handelnden Personen trauen Dass das tatsächlich So gelaufen ist Dass dann Kessler und die Verantwortlichen vom FC Gesetzt haben Hör mal Was möchtest du Wir möchten Wir würden uns freuen Wenn du bleibst Und Ich muss auch ganz ehrlich sagen Ich hätte mich Massiv gewundert Wenn Modest gegangen wäre Weil ich glaube auch Dass er auch Nach diesem China China Also ich glaube Dass er tatsächlich Dass China für ihn Ein Trauma ist Er ist gegangen Hier Nach seiner besten Saison Seines Lebens Wahrscheinlich Der wurde hier Von den Fans Nach dem Meinspiel Auf Händen Durch Stadion getragen Er träumte davon Mit dem FC International zu spielen Laut eigener Aussage Dann gehst du nach China Und Bist von der Familie weg Kommst nicht Irgendwie klar Dann bleiben Möglicherweise Irgendwelche Zahlungen aus Und dann Kommst du halt wieder zurück Du kommst nicht in Tritt Und ich glaube Dass der sich gesagt hat So Yo Pass auf Ich weiß gar nicht Ob mir das so viel Spaß macht Weil tatsächlich Modest ist ein Spaßfußballer Der muss Spaß haben Der muss gute Laune haben Und dann kann der erfolgreich sein Ich weiß nicht Ob so Saudi-Arabien Und Emirate Ob das jetzt Was für ihn gewesen wäre Nee glaube ich auch nicht Der hätte da Wieder China 2.0 Ja genau Haben können Klar Ich sag mal so Hätten wir in der Hinrunde Schon 36, 37 Punkte geholt Musst du ihn verkaufen Also immer Vorsatz der Wille Immer seinen Willen Vorausgesetzt Dann bist du Glaube ich Als Vereinsverantwortlicher Dem gesamten Verein Und auch der Wirtschaftlichen Stabilität In Corona Zeiten Verpflichtet Und musst für einen 34-jährigen Stürmer Dieses Wunderangebot Was da anscheinend Vorlag annehmen Wenn du sicher bist Also rechnerisch Quasi sicher bist Dass du nicht absteigst Weil ich bin ganz bei dir Wenn du absteigst Hat dich das Der beste Transfer der Welt Zu viel gekostet Weil du Du verlierst ja nicht nur Geld Durch diese ganzen Fehlenden TV-Einnahmen Und bla 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 Sondern du verlierst ja auch Deinen Tafelsilber Also dann sagt Jan Thielmann halt Nee ich bleib hier aber nicht In der 2. Liga Liebe Freunde Ich geh jetzt zu Dortmund Oder zu Neverkusen Oder so Und dann sagen auch hier Wahrscheinlich Kannst du die Kaufoptionen Für den Kili ja nicht ziehen Für den Schabot Wahrscheinlich auch nicht Weil du abgestiegen bist Dann verlassen dich Vielleicht noch irgendwie Duda und Skiri Geht ja auch wahrscheinlich weg Ob Jubic Sich die falsche Liga antut Weiß ich auch nicht Oder Sully dürfte auch Jetzt einen Markt haben Neuerdings Na Dann musst du quasi Den ganzen Bums Wieder neu aufbauen Zum dritten Mal In sieben Jahren Oder so Das kannst du dir halt nicht Immer erlauben Irgendwann wirst du halt dann Wirklich ein Zweitligist Und dümpelst dann vor dich hin So wie wieder HSV Oder wie Noch schlimmer 1860 oder Kaiserslautern Oder so Also das Um jeden Preis vermeiden Wenn du schon safe wärst Dann hättest du ihn verkaufen müssen Denn Dann darfst du nicht Von Europa träumen Dann musst du deinen Verein Wirtschaftlich konsolidieren Aber da das ja nicht Der Fall war Es ist ja jetzt Ja schon totale Spekulation Und findet ja alles Hier nicht im Konjunktiv statt Aber Ja Vielleicht stellt sich die Frage Ja im Sommer nochmal Wurde Dann halt die Zeit Hättest du dir Einen neuen Stürmer zu holen Der dann vielleicht nicht Die damalige Wundertüte John Cordova ist Ja Müsste man überlegen Ob man das dann im Sommer Beim Gleichlockenangebot Wenn Modest dann 28 Tore geschossen hat Am Ende der Saison Ob man es dann nochmal Annehmen möchte Ja Wird man Wird man sicherlich gucken Wissen Aber ich glaube Tatsächlich Zum jetzigen Zeitpunkt Hätte ich es für ein Zu großes Risiko gehalten Ja ja Definitiv Bin ich bei dir Vor allem Du kriegst im Winter Ja auch dann Also im Winter Wenn du im Winter Einen Stürmer Einen Nummer 1 Stürmer suchst Und die Vereine wissen Dass du Geld hast Das ist genau das Ding Was wir damals hatten Als Cordova gekommen ist Die wussten Alles klar Der FC hat Knete Jetzt sagen wir nicht Also jeder Verein weiß Dass du halt in der In der Not bist Diesen Spieler Idealerweise schnell zu verpflichten Ja Weil die Winterpause War ja Also war ja dann auch Eine relativ kurze Du musst dann schnell handeln Und dann weiß jeder Du hast Knete Und dann kostet der Spieler Auch wahrscheinlich Direkt mal 10% mehr Und Wenn du dann nur Geld wechselst Und wahrscheinlich Hättest du dann auch Keinen 19-Jährigen geholt Sondern tatsächlich Einen etablierten Spieler Du hättest Nils Petersen geholt Der wollte nämlich weg im Winter Genau Dann hast du 33 Genau Dann wächstest du 33 zu 33 Da hast du jetzt keine Wertsteigerung Geschaffen Das wäre dann so Ein reines Lückenstopfen Also Du verkaufst Moddi für 10 Kaufst Petersen für 2 Und hast 8 auf der hohen Kante Ja gut Aber du hättest Petersen Nicht für 2 gekriegt Da hast du wahrscheinlich 6 gezahlt Aber Also auch da gibt es ja Ein bisschen Markt Auch wenn du viel Kohle hast Klar Aber der hat einen Marktwert Von 1,8 Millionen Dann kriegst du gleich Für 3,6 Also für 4 Millionen Kannst du 6 auf die hohe Kante legen Ja Aber wenn der Petersen Dann beim FC Nicht einschlägt Und Weiß ich nicht Ein Claudio Pizarro Effekt hat Ja gut Der war jetzt auch ein bisschen Älter als er kam Ja Aber Also Das ist ja Das ist ja tatsächlich so Wenn du dann nicht Wenn dir dieser Spieler Dann nicht weiterhilft Dann Kommst du halt In die Bedrängnis Dass du vielleicht wieder Da unten reinrutschst Und Ich weiß nicht Ob dafür Der restliche Kater Zu gefestigt ist Das glaube ich halt Auch nicht Ja Ich hätte da halt dann Tatsächlich Baumgart vertrauen Dass der Dann wirklich Aus einem Weiß ich nicht Jan Thielmann oder so Noch mal Ein 5-Tore-Stürmer macht Dass der es irgendwie schafft Noch den Duda Und den Mark Uth Ein bisschen Torgefällig hinzukriegen Das wäre meine Hoffnung gewesen Also Mit Gisler würde ich auch sagen Wenn du Modest verkaufst Im Winter Steigst du auf jeden Fall noch ab Egal wie viele Punkte du hast Mit Baumgart hätte ich zumindest Die Hoffnung gehabt Dass der es schafft Da irgendwie noch eine Alternative Zu entwickeln Ja Zudem haben wir sogar Eine Sprachnachricht Nicht wahr Richtig Auf jeden Fall guter Zugang Für den FC Ohne jetzt Absolut genau Über die Situation Beim FC Bescheid zu wissen Aber Innenverteidigermangel Herrschte ja Und ich Finde es auf jeden Fall Interessant Ihn jetzt auch mal Dann in der Bundesliga Zu sehen Ich habe ihn ja In den letzten Jahren Relativ intensiv In der Serie A Verfolgt Und Köln Und die Fans Können sich Auf jeden Fall Auf einen Sehr Spielstarken Innenverteidiger freuen Der Mit dem Ball Am Fuß Auf jeden Fall In der Lage ist Ein Spiel von hinten Aufzuziehen Starker linker Fuß Also In der Viererkette Dann auch Entsprechend Auf der linken Position Und Ansonsten Natürlich Die absolut Klassischen Charakteristika Eines Innenverteidiger Ist 1,95 Groß Entsprechendes Kampfgewicht Super Zweikampf Stark Sehr Sehr Kopfball Stark Hat Gerade in seiner Saison bei Spezia Wo er Pallaye gespielt Hat Herausragende Werte In Luftzweikämpfen gehabt Aber auch Überdurchschnittlich Und das Fand ich dann Immer ganz Interessant In Sachen Ballverluste Also Hat den Ball Häufiger An den Mitspieler Gebracht Als Der Durchschnittliche Andere Innenverteidiger In der Serie A Oder Hat auch mal Ein Direktes Duell Spielerisch Quasi lösen Können Schwächen Allerdings Wenn es Zu Kontersituationen Oder ähnlichem Kommt Oder gegen Sehr Antrittsstarke Wendige Stürmer Spielt Dann Ist das Allein von Der Statur Schon Bedingt Her Jetzt Sag ich Mal Nicht Seine Parade Disziplin Sozusagen Da Da Hat er Sich Dann In Italien Relativ Häufig Mit Fouls Geholfen Deshalb Auch Verhältnismäßig Viele Gelbe Karten Kassiert Also Ja Das Ist Auf jeden Fall Zu ihm Zu Sagen Und Ich Wünsche Euch Viel Spaß Mit Ihm Und Hoffe Dass Er Einschlägt Genau Ja Vielen Dank Ich glaube Sein Podcast Nennt Sein Serie Amore Genau Ich fand Einige Informationen In dieser Sprachnachricht Total Spannend Zum Beispiel Dass er Derjenige Die meisten Bälle Zum Mitspieler Kriegt Das ist Ja Faszinierend Dass Du In der Serie A In dieser Statistik Vorne Liegen Kannst Ich Weiß Nicht Ob Meint Von Allen Serie A Innenverteidiger Nur Bei Spezia Keine Ahnung War Schon Trotzdem Beeindruckende Statistik Ich Muss Sagen Ich Habe In Testspiel Gegen Bochum Äh Quatsch Gegen Schalke Spielen Sehen Das war Ja Auf YouTube Live Zu Sehen Dieses Testspiel Da habe Ich ihn Zumindest So Über 40 Minuten Beobachten Können Hat Mir Schon Gut Gefallen Der Sein 1 1 95 Und Der Hat Echt Diese Zychos Gedenk Pässe Gespielt Die Auch Immer Ganz Gut Angekommen Sind Also So Dieser Erste Auftritt Hat Mir Schon Ganz Gut Gefallen Und Spaß Für Mehr gemacht Tatsächlich Ja Ich Hab Das Spiel Leider Nicht Gesehen Gegen Schalke Aber Ich Glaube Tatsächlich Er Links Fuß Er Ist Kopfball Stark Und Wenn Er Jetzt Tatsächlich Das Spiel Auch Noch Auslösen Kann Ja Dann Bin Ich Gespannt Wie Das Wird Also Tatsächlich Ist Es Wahrscheinlich Für ihn Auch Jetzt Aktuell Auch Gar Nicht So Verkehrt Weil Er Gar Nicht Jetzt Sofort Von Anfang An Funktionieren Muss Sondern Sich In Diese Mannschaft Reinarbeiten Kann Und Muss Ich Halte Das Aktuell Sogar Für Für einen Vorteil Weil N Natürlich Nicht Sofort Diesen Nicht In diesem Wahnsinns Druck Steht Und Ja Ich Bin Tatsächlich Ich bin Tatsächlich Gespannt Ich Mein Der Der Ist Alle Mannschaften Deutschlands Hat Er Zumindest Mindestens Einmal Geschpielt U17 U19 U20 U21 Ja Also Tatsächlich Ich bin Ich bin Wirklich Gespannt Wie er Sich Bei uns Schlagen Wird Und Ob Wir Ihn Dann Dementsprechend Per Kaufoption Verpflichten Und Wie Da Dementsprechend Es Weitergeht Aber Wie gesagt Wir haben Den großen Vorteil Der Ist Erstmal Jetzt Anderthalb Jahre Bei uns Da Haben Wir Natürlich Noch Ein bisschen Zeit Ihn Zu Beobachten Und Dann werden Wir Mal Sehen Wo Die Reise Mit Julian Jeff Chabot Hingeht Und Wir sind Ich bin zumindest Sehr Froh Dass Wir Dass Wir Auch einen Groß Ausgewachsen Kantigen Spieler Verpflichtet Haben Der Wichtiger Vorteil Ist Der Kann Deutsch Also Der ist Deutscher Der Wird sich Wahrscheinlich In dieser Mannschaft Verhältnismäßig Schnell Einleben Können Und Ich Glaube Das Ist Genau So Ein Spieler Der Dich Direkt Verstärkt Und Das Ist Ganz Wichtig Für Uns Ja Das Wird Man Sehen Ob Direkt Eine Verstärkung Ist Aber Auf Jeden Fall Brauchten Wir Eine Abwehr Einen Links Fuß Nachdem Zichos Gegangen Ist Und Ich Hätte Es Vorher Auch Schon Gut Gefunden Wenn Wir Auf Dieser Position Noch Einen Links Fuss Hatten Weil Das War Für Mich Auch Einer der Gründe Dass Zichos Immer Gespielt Hat Weil Er Einfach Keine Konkurrenz Hatte Der Einzige Der Links Fuß In der Abwehr War Und Ja Muss Man Sehen Also Wir Haben Jetzt Dann Auch Wieder Die Möglichkeit Auch Mal Perspektivisch Auf Dreier Kette Umzustellen Und Dann Haben Wir Ja Noch Einen Links Fuß Jetzt Zum Glück Ist es Ja So Dass Die Inverteidigung Auch Sehr Gut Jetzt Aktuell Funktioniert Und Er In Ruhe Sich An Den FC Gewöhnen Kann Und Langsam Aufgebaut Werden Kann Also Ich Fand So Von Den Daten Die Man Jetzt Gehört Hat Fand Ich Es Auch Sinnvoll Und Bin Gespannt Wie Er Sich Präsentiert In Spiel Wo Es Auch Um Was Geht Ja Definitiv Vor allen Dingen Wenn ich es richtig Auf dem Schirm Habe Hat doch Timo Hübers Seine Vierte Gelbe Karte Gegen Freiburg Gesehen Oder Habe ich Das Gerade Falsch Abgespeichert Weil Also Er hatte Schon Drei Das heißt Du wirst Irgendwann Damit Leben Müssen Dass Hübers Wahrscheinlich Gesperrt Ist Kilian War Jetzt Ja Ist Auch Noch Jung Also Kann Auch Mal Sehen In Leistungstief Reinfällt War Lange Raus Lange Gespielt Das heißt Irgendwann Wird schon Der Schabot Zu seinen Einsätzen Kommen Da gehe ich Fest Schon Aus Und Dann Ist Natürlich Gut Wenn Du Da Einen Hast Dem Du Soweit Vertraust Dass Der Da Spielen Kann Insgesamt Ist Natürlich Eine Sehr Junge Abwehr Auch Mit Dem Dem Vierten Neuzugang Array Embi Oder Wie der Name Sich Ausspricht Also Ich hab Das Schon Mal Gesagt Mir Wäre es So Ein Bisschen Lieber gewesen Wenn Einer Von Den Beiden Transfers Also Er Noch Dieser Array Embi Transfer Ein Erfahrener Spieler wäre Es Gibt Ja Eine Gratwanderung Zwischen Erfahren Und Abgehalftert Also Du Musst Ja Nicht So Horst Gedächtnist Transfer machen Das Jetzt Nicht Wer Es Der Älteste Abgehalfterte Innenverteidiger Der Euch Gerade Einfällt Drei Bänder Schaden Im Knie Und Sonst Irgendwas Papadopoulos Kierke Jakos Papadopoulos Aus Dem Ruhestand Zurück Holen So Was Halt Das Musst Ja Auch Nicht Machen Aber Es Hätte Bestimmt Irgendwo Auf Der Welt Ein Etwas Erfahrener Man Gegeben Da Von Array Mb Reden Können Weil Ich Gebe Zu Ganz Verstehe Ich Diesen Transfer Von Bright Array Mb Von den Bayern Auf Leihbasis Ohne Kaufoption Zu Uns Nicht Also Ich Verstehe Dass Du Den Jungen Entwicklungsfähigen Spieler Holst Bevor Der So Richtig Durchstartet Ja Ich Verstehe Nicht Wenn Du Den Ohne Kaufoption Holst Ob Du Nicht Bessere Ausbildungsarbeit Für Bayern Leistest Und Wo Der Mehrwert Für den FC Liegt Ja Also Du Hast Ein Punkt Damit Dass Natürlich Wäre Es Wahrscheinlich Besser Gewesen Ihn Zu Verpflichten Mit Na Kaufoption Aber Wahrscheinlich Haben Die Bayern Gesetzt Wir Halten ihn Tatsächlich Für Den Fähigen Spieler Wenn Ihr Den Haben Wollt Könnt Ihr Den Jetzt Haben Aber Nur Zu diesen Konditionen Und Deswegen Kann Ich Mir Sehr Gut Vorstellen Dass Du ihn Wahrscheinlich Sonst Gar Nicht Bekommen Hättest Und Ja Ich Kann Mir Das Nur So Vorstellen Dass Man Tatsächlich Mit Riyad Zmayic Der Hat Ja auch In Spiel Gegen Schalke Im Testspiel Debütiert Mit 17 Dass Der Natürlich Tatsächlich Noch Zu Jung Ist Für Dieses Bundesliga Ding Weil Ich Ich Glaube Da Tut Man Die Korrekt War Vielleicht Hatte Man Ich Hätte Das Gefühl Dass Man Da Versucht Hat Zu Pokern Und ihn Wahrscheinlich Bevor Man Gar Keinen Spieler mehr Bekommt Ohne Korrektion Dann Also Wie gesagt Mir Wäre Der Etwas Erfahrenere Spieler Liebe gewesen In Dessen Schatten Sich ja Smarjic auch hätte entwickeln können. Also vielleicht sogar noch eher, dass du dich als junger Spieler an so einem 30-jährigen, weiß ich nicht, halt wirklich so einem wie jetzt habe ich seinen Namen vergessen, Wintertransfer kam von Fürth zum 1. FC Köln, jahrelang die Abwehr stabilisiert. Mavrei. Mavrei, dankeschön. Dass du dich an so einem, glaube ich, sogar eher hochziehen kannst, als jetzt an einem MB, der selber noch strugglen wird in der Bundesliga Fuß zu fassen. Du hast ja gar keinen, der jetzt so richtig, so als arrivierter Bundesligaspieler den jungen Leuten so ein bisschen zeigen kann, wo der Hase langläuft. Das ist ja auch Hübers nicht. Der kämpft ja auch noch jeden Tag mit seiner Form und seinem Ankommen in der Bundesliga. Also da weiß ich nicht, so richtig happy bin ich mit dem Transfer. Ehrlich gesagt nicht. Ja, ich kann es verstehen. Und wann soll der auch Spielparaxis bekommen? Dann müssen sich schon zwei verletzen. Also ich denke mal, dass Chabot eher Spielpraxis bekommt als Mbi. Und wenn das jetzt erstmal so weiterlaufen sollte mit Hübers und Kilian, dann wird das die Innenverteidigung sein. Und ich denke mal, dass dann erst Chabot eine Möglichkeit bekommt. Und dann was muss passieren, damit Mbi eine Möglichkeit hat, auch zu spielen, um Verstärkung zu sein. Ich weiß gar nicht, wo er in der U23 um... Das ist die Frage. Wurde kommuniziert, dass der auch zur Not in der U21 spielen würde, wenn er bei uns jetzt nicht im Kader ist wie jetzt am Wochenende? Oder ist der wirklich nur für die Profimannschaft geholt worden? Also es wurde nicht kommuniziert, aber es ist jetzt... Also du kannst ihn ja da einsetzen. Er ist ja ein Deutscher. Also das ist ja nicht so... Ja, ja. Ja, ja. Aber es ist ja jetzt nicht so wie bei Tolo Aroncodare, dass man gesagt hat, ach so, den darf man ja da gar nicht einsetzen. Demnach... Nee, aber dann bricht es ja auch für den Spielern nichts, wenn der von der Regionalliga Bayern zur Regionalliga West wechselt. Ich glaube schon, dass die Regionalliga West qualitativ auch noch von der Stufe besser ist. Ja, aber ja. Aber ob du deshalb zum FC wechselst, um in einer anderen Regionalliga zu kicken, weiß ich jetzt nicht. Nee, aber ich glaube tatsächlich, dass beim FC sicherlich die Chance auf Bundesliga bedeutend höher ist als bei Bayern. Ja, das natürlich. Das steht außer Frage. Und die Frage ist doch immer, welche Konstellation hat bei sowas der Trainer? Also ich tatsächlich glaube ich, dass Steffen Baumgart da einen wahnsinnigen Impact auch drauf hat. Weil tatsächlich, wenn du glaubst, also es werden ja Gespräche mit diesen Spielern geführt. Und da keiner von uns bei dem Gespräch dabei ist, wissen wir alle nicht, was da besprochen ist. Und auch da ist ja die Lage jetzt nicht nur für eine Halbserie, sondern für anderthalb Jahre. Und vielleicht hat man, pass auf, du kommst jetzt erstmal zu uns, dann akklimatisierst du dich in Ruhe und dann greifst du nächstes Jahr an. Also vielleicht ist das ja auch der Hintergrund der hinterher. Also ich weiß es nicht. Ich bin tatsächlich gespannt. Ich bin auch sehr skeptisch. Übrigens zu deiner gelben Karte von Hübers. Hübers hat keine gelbe Karte. Das waren Lubitschitsch und da war die zweite gelbe Karte am Spieltag. Thielmann die gelbe Karten bei uns gesehen haben. Hübers steht aktuell bei drei. hat noch ein bisschen Luft, genau. Aber ist ja auch leider nicht immer der verletzungsfreieste Spieler gewesen in der Vergangenheit. Natürlich hoffentlich nicht so kommt. Also einer von beiden, sprich Chabot oder Embi wird schon noch Spiele machen. Da gehen wir von aus. Da gehen wir von aus. Kann auch immer mal sein. Also das Gute ist ja, du kannst ja Hübers sowohl links als auch rechts verteidigen lassen. Das heißt zum Beispiel, wenn jetzt, sagen wir, Luca Kivian aus irgendwelchen Gründen entweder ausfällt oder vielleicht in so ein Leistungsloch fällt, dann kannst du Hübers nach rechts stellen und dann würde ja diese Linksfußposition frei werden dadurch. Das ist ja der große Vorteil, dass Hübers halt zweifüßig ist oder beidfüßig ist. Und beide Positionen gleich gut spielt. Der muss ja dann, also an ihm liegt es ja dann, den anderen zu führen. Dass der halt dem, entweder Embi oder dem Chabot halt sagt, wie das beim FC so läuft und verteidigen. Das ist ja dann seine Position als jemand, der sechs Jahre älter ist als die beiden und schon ein paar Spiele für den FC gemacht hat in diesem Baumgart-Fußball. Das muss halt dann eben machen. Ja. Aber das ist bei Embiis, also gilt ja das Gleiche wie bei Chabot. Also ich halte es tatsächlich für einen Wahnsinnsvorteil, dass die jetzt nicht sofort in dieser Rolle des Stammverteidigers gezwängt werden, sondern tatsächlich sich im Training genau das halt jetzt antrainieren, wie der FC spielen will. Und wir alle haben Steffen Baumgart diese Saison kennengelernt. Der wird denen das schon klipp und klar zeigen, was er will, was er von denen erwartet. Und da bin ich einfach gespannt. Also tatsächlich glaube ich, dass Embiis natürlich eher tatsächlich Innenverteidiger Nummer vier ist. Aber wie gesagt, es gibt ein paar Transfers, da hätte ich nicht gedacht, dass die Spieler jetzt beim jetzigen Stand schon auf den Einsatzzeiten kommen. Also tatsächlich hätte mir vor der Saison gesagt, dass Dejan Lubicic zu dem jetzigen Zeitpunkt so viele Spiele gemacht hat. Hätte ich nicht gedacht. Oder auch Salli Ötchan. Also da haben wir ja ein paar Spieler, die tatsächlich jetzt irgendwie sich da so eingegroovt haben. Oder Benno Schmitz. Also ist ja tatsächlich Stammspieler. Und das kann ja ganz, ganz schnell gehen durch Verletzungen, Sperren, Formschwäche. Dann allerbestes Beispiel ist Marvin Schwäber. Hätte vor der Saison einer gesagt so, und in der Rückgründe spielst du dann mit Schwäbe als neue Nummer eins. Hätte ich gesagt, eben Leben. Also der hätte wahrscheinlich hier das Haus und meine nächsten drei Jahresgehälter verfolgt. Also ich dachte, du wolltest sagen, meine nächsten drei Kinder. Die auch wahrscheinlich. Also wahrscheinlich würden meine Kinder jetzt in irgendwelchen peruanischen Restaurants irgendwelche Teller waschen. aber wahrscheinlich hätte ich damit nicht gerechnet. Also da kann ja immer alles passieren. Und wie gesagt, es ist vom Vorteil, dass wir jetzt in dieser Lage sind, dass wir auf Platz sechs stehen mit unfassbaren zehn Punkten Vorsprung, zwölf Tore in der Tordeferenz, besser als Stand jetzt Augsburg. Das bringt Sicherheit. Und ich bin da aktuell auch nicht bange. Was man halt sagen muss, die ganze Transferperiode, auch im Sommer schon, muss man unter dem Aspekt sehen, dass wir, glaube ich, battle-battle-arm sind. Also du siehst ja, wir mussten zwei, also einen Leistungsträger abgeben. Wir hätten auch noch Skiri abgegeben bei einem passenden Angebot, was man so gehört hat. Wir haben Meret als zumindest verlässlichen Einwechselspieler abgegeben und haben dafür zwei Laien getätigt von Spielern, wo der eine nicht mal eine Kaufoption hat und generell halt aus der Regionalliga kommt und den anderen kannte ja auch keiner so richtig. Also die ganze Transferperiode zeigt für mich, es geht uns noch schlechter, als mitunter gesagt wird. Ich glaube, die neuerlichen Geisterspieler haben uns auch noch mal richtig hart getroffen. Jetzt, dass wir wieder 10.000 reinlassen durften nach dem Eilbeschluss da, ist wahrscheinlich ein Segen, uns so ein bisschen über Wasser zu halten. Aber du siehst, dass sämtliche Transferausgaben in die Zukunft geschoben worden sind. Und vielleicht kann es sogar sein, dass du dir nicht mal mehr ein Luca Kilian leisten kannst und dass deswegen auch diese beiden Transfers schon auf anderthalb Jahre getätigt worden sind. Das kann natürlich auch sein. Klar, das kann durchaus so sein, ja. Also ich bin sehr gespannt, wenn die Staffelübergabe kommt von Alex Werle zu seinem Nachfolger, was der da so vorfinden wird in den Büchern. Ja, das wird sicherlich spannend werden. Aber tatsächlich glaube ich, wir haben, ja, ein Vorteil ist jetzt zu viel gesagt, wir haben aktuell durchaus Spieler, die auf dem Transfermarkt was bringen können. Und wenn du in der Liga bleibst, also ich mache mir keine Illusion, Ilyas Giri wird nächstes Jahr nicht Teil dieser Mannschaft des 1. FC Köln sein. Also es wäre auch fahrlässig, den nicht im Sommer abzugeben, weil der dann nur noch ein Jahr Vertrag hat. Ja. Oder er verlängert. Ja gut, okay. Aber ob das passiert, weiß ich jetzt eher nicht. Da ist der, glaube ich, zu gut für. Klar, also verlängern oder abgeben, richtig. Aber ich glaube, selbst bei Verlängerung kannst du das dir gar nicht erlauben, den marktgerecht zu bezahlen. Ich sehe das noch nicht, wie du so ein Transfer, also Vertragsverlängerung stemmen können willst. Deswegen glaube ich tatsächlich eher, der wird uns auf jeden Fall verlassen. Frage wird nur sein, ob wir ein adäquates Angebot bekommen oder ob wir den unter Wert abgeben müssen. Das fand ich bei Gladbach so krass, dass die Zakaria für was? 5 Millionen oder so abgegeben haben. Ja. Leg das mal. 5 Millionen für Dennis Zakaria, der ist 23 oder sowas und Schweizer Nationalspieler. Den kannst du für 5 Millionen an eine zahlungskräftige Mannschaft ab. Also, schon krass. Ja. 25 Millionen. Ja, ja. Das ist wirklich ein bisschen. Marktwert von 27 Millionen, laut Transfermape. Aber wer Zakaria nicht im... Ja, klar. Dann ablösefrei gewinnt. Das war das Problem, klar. Also hier steht jetzt 8,6 Millionen, aber es ist natürlich trotzdem noch mal 20 Millionen unter dem Marktwert. Boah, krass. Das Gleiche wird dir ja mit Ginter zum Beispiel auch passieren. Also, das musst du halt verhindern, dass jetzt die Skiris und so weiter, auch die anderen Spieler, deren Vertrag bald ausläuft, dass die dir für ein Apfel und ein Ei abgekauft werden. Ja, das stimmt. Das wäre natürlich bitter, aber ja, da müssen wir in die neue sportliche Leitung ein bisschen vertrauen. Ja. Ich glaube, da schließen ganz gut unsere Hörerfragen an, die ich gerne noch hier unterbringen möchte, denn wir haben ein paar bekommen. Wie bewertet ihr die Arbeit von Jörg Jakobs, fragt der et-halb-Miamianer. Also, wenn man nichts hat, kann man nichts ausgeben. Das ist halt eine schöne Formulierung. Ja, also, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich, ich kann das noch nicht so ganz beantworten, weil ich nicht weiß, wie viel Prozent Jörg Jakobs an den Transfers, die wir im Sommer getätigt haben, also Schwäbe, Lubitschitsch und Co. zu verantworten hat. Wenn ich jetzt hier sage, super, weil guck mal, wen die alles ablösefrei geholt hat, also auch Hübers, Kilian, das sind ja alles Spieler, die uns tatsächlich aktuell sehr weiterbringen und wichtige Bestandteile unseres Kaders sind. Wir haben, glaube ich, ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, gar nicht überhaupt für jemanden Geld bezahlt. Nein, ne? Ich glaube, für irgendeinen haben wir eine Ab-, also so eine Leihsumme bezahlt, wie für Chabot jetzt irgendwie. Wir werden wahrscheinlich Marc Uth ganz gut Handgeld bezahlt haben für seine Auflösung da im Entschalke, aber es ist ja keine richtige Transferablöse. Na, also das, auch da weiß man nicht, also, es sind ja immer so nebulöse Sachen, wo du nicht weißt, wo ist es da gezahlt worden, aber tatsächlich, wenn man sich die, wenn man sich die, die Zugänge ansieht, dann ist es Lubitschitsch ablösefrei, erst mal nominell. Luker Kilian kostet eine Leihgebühr von 250.000 Euro. Ja, gut. Julian, Jeff, Chabot 300.000, das heißt, wir sind bei 550.000 Euro und haben Chabot, Kilian, Uth, Lubitschitsch, Hübers, Schwäbe und Rhein-Bee geholt. Da muss man sagen, das ist tatsächlich wirklich gut. und ja, also was ich halt auf jeden Fall finde, ist, die haben die Mannschaft elementar verjüngt, alleine jetzt im Winter, weil du ja durch Tchichos und Rochimire da eine ganze Menge an Alter einfach abgegeben hast und dadurch zwei junge Leute geholt hast und du darfst ja auch nie vergessen, bei den ganzen Aufzählungen vergessen wir ja immer so ein bisschen Sully Otschan. Ja, stimmt. Den haben wir ja vertragsverlängert und quasi ablösefrei gekriegt und du hast damit einen der gerade wahrscheinlich gefragtesten Sechser bei diesen Vereinen zwischen Platz 6 und 15 in deinem Krader, ne? Ja, stimmt. Und das ist tatsächlich, also es stimmt, Sully Otschan hatte ich jetzt gar nicht mehr so am Schirm, aber Sully Otschan ist tatsächlich ein Jörg Jakobs, Steffen Baumgart Produkt, weil Baumgart wollte, hat ja unbedingt, also eigentlich war ja schon klar, dass man mit Sully nicht verlängert, dann hat der, warum auch immer, schnell keine neuen Vereine gefunden und dann hat Baumgart hier interveniert und gesagt, ich würde den gerne haben, ich möchte den gerne haben bei uns im Kader und dann hat man sich ja nochmal zusammengesetzt und eine Lösung gefunden und ja, stimmt, ist tatsächlich ein Punkt, gebe ich dir recht, also tatsächlich, glaube ich, bei diesen ganzen Transfersachen guckt man zwar immer sehr auf die Transfersumme, aber ich glaube, gerade bei Tchichos und Meret muss man auch eines bedenken, die werden wahnsinnig viel Geld hier mit der Schubkarre rausgefahren haben, jeden Monat und also gerade Meret wissen wir alle noch, wer den Vertrag gemacht hat, das war der goldene Jörg Schmattke und ich möchte nicht wissen, also ich würde mal tippen, dass Meret sicherlich unter den Top 5 Verdiener beim FC war, wahrscheinlich Nachhorn, Hector Ich kann mir fast vorstellen, dass der mehr als Hector verdient. Das kann sein, also ich möchte es gar nicht wissen, weil sonst kriege ich wahrscheinlich gleich Schnappatmung und kriege ich den Herz, Kasper, aber wenn man da tatsächlich Leistung und Geld in Zusammenhang bringt, war das wahrscheinlich der schlechteste Wert hat und Meret hat die auch nie gezündet, sorry, wollte ich nicht unterbrechen. Aber die Frage war ja, welchen Anteil Jörg Jakobs hat und kann man das so beantworten, also welchen Anteil er dabei gehabt hat, also ich könnte es nicht, also ich glaube auch bei Ötchan lag das nur am Baumgart, dass der noch weiter beim FC spielt, also ich habe immer so verstanden, dass der eigentlich bei Glasgow Rangers oder wo auch immer verkauft werden sollte, dass man den loswerden wollte und nur auf Intervention vom Baumgart spielt Ötchan noch beim FC und ich weiß wirklich nicht, welchen Anteil Jakobs an den Transfers hat. Ne, das können wir nie genau sagen, genau, wir wissen noch nicht, was zum Beispiel Harald Czerny oder so macht und keine Ahnung, ob der Thomas Kessler irgendwie groß involviert ist oder ob der mehr so die Zuschauerrolle hat, was Lukas Berg so alles macht, das wissen wir alles nicht. Aber das ist doch auch tatsächlich sehr positiv, dass der FC halt nicht diese Lichtgestalt Armin Fee, Horst Helm Ja, die haben wir schon, die haben wir schon und die trägt eine Schiebermütze. Ja, aber nicht auf der Sportdirektorenrolle. gut. Also tatsächlich stimmt, ich muss dem auch völlig recht geben, also selbst wenn wir hier über Jörg Jakobs sprechen, muss man sagen, Lukas Berg, Kessler und man darf ja auch nicht vergessen, mit Christian Keller hat man ja jetzt auch noch einen neuen sportlichen Leiter geholt, der ja im Prinzip jetzt schon da ist und da zusammen mit Lukas Berg und eben Thomas Kessler das zusammen machen soll und ich glaube tatsächlich, dass es vielleicht auch gar nicht verkehrt ist, ist, dass man da so ein Team hat, wo jeder seine Aufgabe hat, weil tatsächlich das auch wichtig ist. Also du brauchst nicht diesen einen, du brauchst nicht den Horst Held, der sein Telefonbuch rausholt und seine Buddies anruft, sondern du brauchst die Scouts, die wie so ein Harald Czerny da irgendwo in Österreich und der Schweiz rumfahren und so Lubitschits scouten, dir weiterempfehlen und dann musst du halt die Leute haben, die diese Transfers abwickeln und das einfach kaufmännisch im Auge haben und ich habe das Gefühl, dass der FC da tatsächlich auf einem guten Weg ist und Christian Keller startet ja auch erst irgendwie im, ich meine im April, Mai diesen Jahres und dann wird man sehen, wie sich das neue Team aufstellt und mein Gott, wir können es sowieso nicht ändern, aber ich bin da jetzt nicht, ich habe jetzt keinen geschlotternden Knie, wenn ich an die Zeit jetzt denke. Nö, und das war auch schon mal anders in der vergangenen Teele. Ja, genau, 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 Naja, wir machen weiter mit den Hörerfragen, da gibt es ja noch einige, die ganz spannend sind. Einer hat mir gerade schon so ein bisschen angeschnitten und zwar ist ja Skiri jetzt endlich wieder zurück beim ersten FC Köln, ist ja leider mit Tunesien ausgeschieden im Afrika Cup, ich glaube an Burkina Faso gescheitert, hat auch alle Spiele gemacht, immer von Anfang an, also wie wir ihn kennen wahrscheinlich irgendwie 56 Kilometer werden es Afrika Cups abgerissen oder noch mehr und wahrscheinlich auch zu Fuß nach Hause gelaufen, so als kleinen Spaziergang von Kamerun nach Köln. Ja, und der wird jetzt wahrscheinlich wieder in die Mannschaft drängen. Jetzt ist ja die Frage, also spielt der direkt, glaubt ihr, er muss sich erst im Training nochmal anbieten und wer muss für ihn weichen, wenn er spielt? Tatsächlich, also ich hätte nicht geglaubt, dass wir nach dem Afrika Cup darüber sprechen und sagen, wo spielt er denn überhaupt und wenn ja, wer rotiert raus? Bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich glaube, da steht und fällt damit, ob wir mit der Doppelsex spielen oder halt mit einem Sechser. Wir haben jetzt diverse Spiele gesehen, wo wir halt mit einem Sechser gestartet sind und neben den beiden, ich sag jetzt mal Offensiven, in dem Fall jetzt Thielmann und Modest, halt vorne noch jemand hatten, wie in dem Fall Lubitschitsch. Ich kann mir alles vorstellen. Also, hat den wahnsinnigen Effekt, dass du natürlich einen der beiden, also ich würde mal tippen, Lubitschitsch oder Ötchan, rausnehmen musst. Du kannst ja auch rein theoretisch Ötchan weiter nach vorne ziehen. Also, Ötchan auf die jetzige Lubitschitsch-Position, halt hinter die Spitzen, Skiri dahinter und dann hast du halt im Wechsel, mit der Wechselmöglichkeit noch den Lubitschitsch in den Hintern oder Lubitschitsch und Skiri oder Skiri erstmal draußen oder also, ich bin gespannt. Also, ich weiß jetzt nicht, wie fit Skiri nach dem Afrika Cup ist, aber das wird sicherlich sehr, sehr spannend. Also, das wird auch spannend sein, wer da jetzt aus dem Kader fliegt, weil auch da muss man ja sagen, wir haben aktuell, glaube ich, keinen Verletzten. Das heißt, du hast jetzt neben den Startspielern noch Duda gehabt, Janis Horn, Andersson, Kingsley Schindel und Schaub. Ja, also aus dem Kader wird du aus Ostrak fliegen. Ostrak oder Isibue. Ich bin mir nicht, also ich glaube tatsächlich, meinst du Ostrak? Ja, aber das ist, ja, aber das ist, ich bin gespannt. Also dann, es wird spannend sein, wer welchen Kaderplatz einnimmt. Ich persönlich glaube auch, dass Giri gegen Leipzig spielt und ich glaube, dass wir gegen Leipzig mit Doppel-Sex-Spielen werden. Einfach aufgrund der spielerischen Qualität, die da Leipzig an den Tag bringt. Ich glaube, Baumgart wird aus Prinzip mit seiner einfach-Sex-Spielung zu zeigen, dass er sich das traut. So oder so. Er hat es ja nicht mal gegen die Bayern gemacht mit Doppel-Sex. Er ist ja nochmal besser als Leipzig. Also ich bin tatsächlich gespannt. Ich glaube, Giri ist halt ein Wahnsinns-Faktor. Allein diese Laufwege, die der hat, das Spielverständnis, wird spannend sein, wie, welche Konstellation es gibt. Ich weiß ehrlich nicht, ob Lubicic, also Ötchan sehe ich nicht auf den Außen. Haben wir auch schon gesehen, fand ich, Fint Salih jetzt auf Außen verschenkt. Bei Lubicic bin ich mir nicht ganz sicher, ob der auf Außen spielen kann. Also haben wir, glaube ich, auch schon einmal gesehen, fand ich bisher auch nicht so berauschend. Der gleiche recht oft auf den Außen bei uns jetzt gespielt. Ja, aber fand ich bisher nie richtig gut. Also ich finde ihn tatsächlich im Zentrum deutlich effektiver und gefährlicher und auch passender. Und vor allem musst du auch dann sagen, na, wen willst du denn auf Außen, also jetzt hast du auf Außen Uth und Kainz gehabt, dann ist eigentlich nur Marc Uth, weil Florian Kainz tatsächlich für mich da der bessere Außen ist, weil auch Marc Uth kein Außenspieler ist. Nee, aber ich meine, die Idee von uns ist ja immer, dass der vordere Außenspieler nach innen ziehen soll, um die Außenbahn für den Rechts- oder Linksverteidiger freizumachen, für Hector oder für Benno. Und wenn du das so spielst, ist das ja was ganz anderes, als wenn du da wie Markus Gistul ganz stumpf gegen Union Berlin mit sechs zentralen Spielern auf den Außen spielen sollst. Also das klappt natürlich dann nicht. Aber Baumgart, der weiß ja, warum er dann Jubicic oder Haltens Rally hinstellt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass gerade wegen dieser Unkonzentriertheit von Jubicic und dieser doch abnehmenden Spielkompetenz im Laufe des Spiels der Jubicic wieder auf die Bank müsste und dafür Skiri dann rein rotieren würde. Gerade weil der ein Training auf Folgers gibt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass zum Beispiel wieder so ein Louis Schaub plötzlich den Vorzug vor Marc Uth bekommt. Weil der hat ja auch in seiner Einwechslung gezeigt, dass er gut drauf ist gerade. Hat davor fünf Spiele in Folge in der Startelf gemacht, während Marc Uth mich immer noch nicht überzeugt in so Baumgart-Fußball. Also ich glaube, wir sehen da sogar mehr Wechsel, als wir uns jetzt gerade vorstellen können. Deine Eingangsfrage war ja, was gemacht wird, wenn Skiri wieder spielfähig ist. Und ich denke mal, auf Dauer wird er wieder spielen. Und das sehe ich genauso, dass entweder Ötchan oder Ljubicic dann raus müssen. Und ich denke auch eher Ljubicic, weil Ötchan hat sich jetzt so entwickelt, auch bei dem Spiel gestern, wie der dazwischen geht und so aggressiv. Also das kann Skiri eben gar nicht so. Der ist eben besonders laufstark und technisch versiert und ist international ja eigentlich auch ein Topmann. Also ich bin auch der Meinung, dass wir den nächsten Saison nicht mehr beim FC sehen. Und zu Uth, der hat mich auch ein bisschen enttäuscht. Und gestern hatte ich es gesehen, der ist wirklich der Erste von denen, bei dem man erkennen kann, dass er konditionell nicht so auf dem Stand ist, wie die anderen. So nach einer Stunde fängt er schon an zu pumpen und das glaube ich auch ist das der Grund, dass er diese Saison noch nicht geschafft hat, Stammspieler zu werden, weil einfach der Baumgart-Fußball so kräftezehrend ist und für ihn ist das einfach ein großes Problem, da mitzuhalten. Und ich glaube nicht, dass er kann das nur, der wird nur zum Stammspieler, wenn er konditionell das aufholt, was die anderen ihm voraus haben. Ja, da sieht man, was ein Jahr oder zwei Jahre Schalke aus dir machen können. Die haben ja scheinbar alle Defizite in der Kondition gehabt, nach fünf Trainer wechseln oder was auch immer. Und das hat Marc Uth scheinbar bis heute nicht ganz überwunden. Ich fand auch, als gestern Duda für Uth gekommen ist, dass der wirklich gut gespielt hat. Das war beliebt für den FC. Und wenn man so die Werte vergleicht, dann ist Duda auch zu denen, die, das ist nicht die genauen Kilometerzahlen, die er abreißt im Spiel, aber die sind doch auch nicht weit entfernt von dem, was scary läuft. Ja, definitiv. Ja, aber allein, dass wir jetzt so viele Personalien hier auf gleichem Niveau diskutieren können, sprich, ja auch Bände für unsere Entwicklung. Letztes Jahr hat sich die Mannschaft ja wirklich quasi von selbst aufgestellt. Du musstest nur fragen, spiel ich jetzt mal, weiß ich nicht, Thielmann oder offensiv dann Iso Jakobs oder sowas. Das war so die maximalste Frage und jetzt kannst du quasi auf jeder Position sagen, Johannes Horn könnte für Hector auf Links verteidigen und Hector nach innen gehen dafür. Skiri kann jeden im Mittelfeld in der defensiven Position ersetzen. Die Innenverteidigung kannst du auch Schabot reinschmeißen und so weiter. Also das ist schon ein großer Luxus. Das macht es natürlich auch einfacher, auf mögliche Sachen zu reagieren, auf mal einen schlechten Tag, auf Unkonzentriertheit, auf eine Gelbsperre und das ist tatsächlich, das haben wir letzte Saison so nicht gehabt, das stimmt, ja. Genau, da passt vielleicht auch die nächste, nee, das ist ein Kommentar, ein Druko, und zwar hat auf die Frage, wer raus soll für Skiri, schlägt der Mappé vor Uth oder Thielmann und zumindest Thielmann sehe ich halt überhaupt nicht. Also wenn sich irgendwer einen Stammplatz verdient hat nach dem Spiel, ist er Thielmann. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde die Kombination Thielmann-Modest, es ist ja nicht so, dass dieser Podcast das nicht schon mal gefordert hat, ne? Ja, das war der Hörer Ben, das war nicht wir, muss man eine Fähre sagen. Ja, stimmt, aber wir haben es ja dann aufgenommen und tatsächlich hier glaube ich auch diskutiert, also tatsächlich ähm, ich finde es gut, ich finde es auch deutlich angenehmer als Andersson-Modest irgendwie, weil ich finde Thielmann bringt einfach noch mal diesen, diesen spielerischen, diese spielerische Qualität, also ich glaube, das Ding von Thielmann hätten wir so von Andersson nicht gesehen vor dem 1-0 und meinst du? Ne, bin ich der felsifesten Überzeugung, Sebastian Andersson kann mich eines Besseren belehren, aber das wird schwierig, aber ja, also wie gesagt, wir haben die Möglichkeiten zu wechseln, also wir haben auch noch gar nicht, wir haben tatsächlich auch noch die Möglichkeit, Jannes Horn zu bringen und Schaub und Duda, also da sind ja so viele Möglichkeiten, den Kader völlig anders aufzustellen und ich glaube, das macht es dann auch für den Gegner nicht einfacher, weil der FC sich komplett anders strukturieren kann und auch tatsächlich, ich glaube, das erste Mal seit Peter Stöger tatsächlich ein Ingame-Coaching mit Änderung von Formationen stattfindet und ich glaube, das ist halt tatsächlich auch wichtig, dass man sieht, oh Mensch, die Freiburger werden gerade ein bisschen stärker, komm, wir verdichten das Zentrum mit Hector und bringen dafür den Jannes Horn, der jetzt hinten links sicherlich nicht fünf Nummern schlechter ist. Das ist halt die Qualität. Gerade gegen Leipzig kommen ja auch diese ganzen kleinen, schnellen Wusler, da macht die Überlegung vielleicht echt Sinn. Naja, aber wie gesagt, Luxussituationen, genau. Genau, tatsächliche Luxussituationen und ja, werden wir sehen, also wie Baumgart sich das vorstellt auch spielerisch. Zwei Fragen haben wir noch, die eine passt aber auch dazu. Monty Burns, na 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 na, Monty Burns möchte wissen, was zur Hölle ist mit Salih passiert? Was hat ihn so viel besser gemacht? Ich glaube, was hat ihn besser gemacht? Spielpraxis. Richtig. Und ich glaube auch ein Trainer, der in ihn glaubt. Ich hatte immer so das Gefühl, dass Salih Ötchan immer so diesen Talente-Stempel bei uns hatte, aber irgendwie nie so ein Trainer so 100% in ihn vertraut und auf ihn gesetzt hat. Und du siehst ja, wenn Salih mal mehr als, ich sag jetzt mal vorsichtig, zwei, drei Spieler hat, dass der halt eben genau das auf den Platz bringen kann. Und deswegen, ja, also mich freut das immer, wenn Spieler aus dem eigenen Nachwuchs hochkommen und sich hier etablieren. Tausendmal mehr, als wenn es irgendein Neuzugang irgendwie aus, Sira Leone, Portugal, wo auch immer herkommen, ist mir völlig egal. Aber wenn das eigene Wechsel sind, die hier aus dem Verein kommen und hier aufgewachsen sind und diese FC-DNA tatsächlich doch nochmal ein bisschen mehr mitschleppen, ist es doch immer besser. Also ich für meinen Teil finde es cool, freue mich, dass Salih diesen Move gemacht hat, bei uns geblieben ist und auch tatsächlich aktuell zeigt, dass er zu Recht bei uns geblieben ist und bringt es mit Leistung auf den Platz. Nee, bin ich ganz bei dir. Hätte ich genauso geantwortet auf diese Frage. Früher war das so, wenn es nicht lief, waren die ersten, die raus mussten, Jorge Mere und Salih Ötchan bei Herrn Gisdol und jetzt darf er sich auch mal auf schlechtes Spiel erlauben. Kriegt auch im Spiel den Support, dass ihm dann halt Hector an die Seite gestellt wird im laufenden Spiel, wenn Baumgart oder Pavlak merken, ah, das läuft gerade nicht alleine mit einer einzigen Sechs. Und dieses Vertrauen zahlt er mit Leistung zurück. Ich finde vor allen Dingen beeindruckend, wie er das schafft, dass ihm im direkten Zweikampf, gerade bei so Ecken oder so, der Ball nicht abgenommen werden kann, weil der körperlich so ein Brett ist anscheinend, die kriegst du nicht weggeschoben vom Ball. Da gibt ja manchmal so Szenen, wo es so ins Rangeln übergeht. Überhaupt, Zweikämpfe mit Zully sind immer rangeln und nicht ballbezogen. Aber da gewinnt er halt. Der ist ja gelernter Ringer, tatsächlich. Da kommt er ja her aus dem Sport. Das siehst du ihm halt mit jeder Faser seines Körpers an. Aber ich finde, er hat sich auch noch körperlich verändert. Also er hat ja in den letzten Jahren sehr rein auf dieses Kraftding trainiert, diese Boss-Transformation gemacht. Das hat er jetzt so ein bisschen nochmal umgestellt, habe ich so den Eindruck. Und macht jetzt noch ein bisschen mehr wieder auf Athletik, auf Beweglichkeit und ein bisschen weg von diesem reinen Mucki-Ding. Tut ihm gut. Das in der Kombination mit den Punkten, die du gerade genannt hast, Marco, führen dazu, dass wir einen, ja, Sully sehen so gut, wie er noch nie gewesen sollte hier war. Und das gilt ja auch für viele andere Spieler. Ja, genau. Und es ist immer wieder Baumgart. Das hat Dennis Schmitz besser gemacht. Das hat Schindler besser gemacht, so dass er überhaupt mal in Frage kommt. Also der war abgeschrieben. Da gibt es eine Reihe anderer Spieler, die einfach wie Neuzugänge betrachtet werden müssen. Das hat Modest auf einmal besser gemacht. Also ich habe bei Modest gesagt, der kommt nie wieder auf die Beine. Also das ist, und jetzt ist er top in der Bundesliga und hat wieder, ich würde sogar sagen, der international, also Kopfball, alle Facetten eines guten Stürmers, der läuft sogar und ist konditionsstark und es liegt, wie bei Sully Otschern, es ist auch bei vielen anderen Spielern, der Schlüssel ist für mich Baumgart. Definitiv. Ich meine, überleg mal, was du für einen 14-Tore-Stürmer auf dem freien Markt bezahlen müsstest. Und Baumgart sagt, ich nehme den, der schon da ist und mache den wieder so fit, wie er mal vor drei Jahren war oder vor vier und dann läuft das. Das ist tatsächlich sehr, sehr stark. Ja. Aber ab und wo Baumgart, da schließt dann auch die letzte Frage für heute an. Die haben wir am Anfang der Podcast-Folge schon mal so ein bisschen angerissen. Dieses virale Video da auf TikTok, was die Tochter von Steffen Baumgart auf TikTok ruckgeladen hat. Da fragt der Daniel Gehmann, der ja auch schon hier mehrfach zu Gast war. Liebe Grüße. Die Homestory von Baumgart. Kult oder Fremdscham? Also, wenn es das Video nicht gegeben hätte, hätte ich mir das genauso von meinem geistigen Auge ausgemalt. Weiß nicht, ob man jetzt hingehen muss und das filmen muss und online stellen muss. Ja. Also, ich hätte mich nicht gewundert, wenn der FC gesagt hätte, passt auf, nehmt das mal auf und wir wenden das hier für 24-7. Ja, aber dann wäre es auf anderen Kanälen veröffentlicht worden. Ja, ja, genau. Also, ich hätte mich nicht gewundert, aber ja, ich tue mich schwer damit, weil auf der anderen Seite denke ich mir so, ja, aber nochmal, es ist mir eigentlich tausendmal lieber, der ist auch jetzt so vom Fernseher und das im Stadion ist nicht nur gespielt, sondern ich glaube tatsächlich, dass der so ist. Also, aus Paderborn hört man ja ähnliche Sachen, dass der eben genau so ist und sich ja eben nicht verstellt. Aber ob der jetzt zu Hause mit der Schiebermütze rumrennt, weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, ja, genau das. das war es mit, also wenn der jetzt keine Schiebermütze aufgehabt hätte und von mir ist das T-Shirt angepasst hätte, weil, also, ich kann mir schon vorstellen, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass der sagt, so, ja, komm, hier das T-Shirt, dann gebe ich am Montag beim FC ab, dann waschen wir uns das, dann müssen wir unsere Waschmaschine nicht dafür benutzen. Also, genau das kann ich mir tatsächlich vorstellen. Ah, das war mir schon zu konstruiert. Ich glaube nicht, dass das gespielt ist, ich glaube tatsächlich, dass das genau Steffen Baumgart ist, aber warum stellt man dann ein Stativ mit Kamera auf? so, ne, also, das ist ja jetzt auch immer der gleiche Winkel, ist nicht irgendwie so eine Handykamera, wo man mal eben draufhält und das mal eben so filmt, weil man denkt so, ja, der Vater, der dreht hier wieder, der dreht hier wieder frei. Es sieht schon nach gewollt aus und ja, also, ich glaube auch. Muss man nicht, aber, ganz ehrlich, ey, ohne Scheiß, haben wir nicht andere Probleme. Also, ich bin froh, dass wir so einen Trainer haben und da möchte ich jetzt auch nicht den Stab drüber brechen. Nein, aber ich bin ganz bei dir. Ich glaube, dieses Rumhoppel vom Fernseher ist total authentisch. Das steht mir wirklich exakt eins zu eins so vor. Ich glaube, wenn du dem sagst, du musst 90 Minuten still vorm Fernseher sitzen oder eine Atombombe geht hoch, dann haben wir bald den nuklearen Fallout in Deutschland. Das kann der nicht. Das ist total authentisch, auch, dass der so rumhüpft und rumschreit und so, alles authentisch, dass eine Kamera mitläuft, dass der seine Schieber mitzuträgt, dass er dieses Hemd da trägt, dieses Polohemd, dass es dann auch bei TikTok hochgeladen wird vom Account der Tochter. Das ist alles, glaube ich, ein starkes Markenbewusstsein von ihm. Und ich glaube, der... Meinst du von ihm? Von der gesamten Entourage, ne? Also, die Tochter hat ihn ja nicht gezwungen, die Mütze aufzusetzen. Aber der wird ja wissen, dass die Kamera da war. Der wird da wohl nicht heimlich gefilmt worden sein. Die haben da schon durchgesprochen vorher. Ja. Also, du kannst ja nicht filmen und sagen hier, Ja, okay, ja. Heimlich filmen. Das glaube ich nicht. Und die werden überlegt haben, wie launchen wir das? Er hat es auch selber auf Instagram geteilt, by the way, ne? Also, mit seinem Instagram-Account hat er das Video geteilt. Das war also jetzt nicht irgendwie gegen seinen Willen oder so. Und der wird sich diesem ganzen Macken-Ding schon bewusst sein. Auch diesen, ich glaube, der findet ja schon ganz geil, dass er so als der Erwecker von Köln wahrgenommen wird. Das schon, das schmeichelt immer auch ein bisschen, glaube ich. Ist auch legitim, wird es mir wahrscheinlich auch, wenn ich so verehrt werden würde. Ich glaube, wir müssen aber als gesamten Verein auch als Fan-Dym um den 1. FC Köln herum aufpassen, dass wir nicht in so einem Personenkult verfallen. Den gab es ja schon so in Ansätzen bei Stöger, den gibt es bei Modest, mit Modest-Liedern, und hier Augen, Smiley, Hand, Symbol da mit der Brille und so. Und das gab es bei Lukas Podolski natürlich auch logischerweise. Das gab es davor schon in den 80ern. Das gab es bei Toni Polzer, das gab es beim Tünn, das gab es bei Wolfgang Overath. Das ist uns nicht fremd. Das ist so ein bisschen in der Club-DNA drin. Ich finde es aber nicht gut. Kill your idols, würde ich an dieser Stelle einfach mal sagen. Don't follow leaders, watch the parking meters, würde Bob Dylan sagen. Und da, glaube ich, müssen wir aufpassen, das nicht in so ein überkultiges Ding steigern zu lassen. Ich glaube, da wären wir nur enttäuscht unterm Strich. Und sowieso gilt, keine Einzelperson ist größer als der Verein oder als die Mannschaft. Und da sollten wir als Fans aufpassen, den Typen nicht so sehr zu überhöhen. Bei allen Leistungen, die wir jetzt hier wirklich über 100, eine Stunde 30 hinweg ausgewälzt haben, was der alles gut macht und was der alles richtig macht und wie viel Anteil der am aktuellen Aufwärtstrend hat, keine Frage, über den keiner absprechen. Und trotzdem sollten wir aufpassen, nicht in so einen Personenkult einzufallen. Ja, ich habe es auch eindeutig als Show eingestuft und irgendwie ist es mir auch egal. Also ich bin kein Bundesliga-Trainer, aber wenn ich mir vorstelle, ich würde in seiner Situation sein, dann möchte ich das Spiel allein sehen und nicht mit der Familie und mit Hund. Dann werde ich mich auf das Spiel konzentrieren und dann vielleicht auch noch zu irgendeinem, er hatte ja noch Kontakt zu einem im Stadion und dem vielleicht noch was sagen und mir was sagen lassen, aber nicht die Familie im Hintergrund mit Hund und allem drum und dran, die sagen nichts. Also das kann ich mir einfach nicht vorstellen, aber bei Baumgart kann man sich ja viele Dinge nicht vorstellen und in der Außendarstellung, manche Dinge sind mir auch, ja, ist ein bisschen zu viel, aber wenn er es gut findet und andere, dann sollen sie es machen. Also ich brauche es nicht. Ich konnte es mir auch vorstellen, also ich hatte auch mit meinem Sohn darüber gesprochen, wie ist Baumgart wohl, wenn er sich das vom Fernseher anguckt. Dann haben wir beide so gesagt, der läuft bestimmt wie so ein Tiger im Käfig, immer links, rechts, hin und her und kann nicht eingreifen und möchte so gerne raus und so war es ja auch, aber ich sehe es auch so, das war ein bisschen konstruiert auch. Also ja, aber peinlich fand ich es nicht, aber ich brauchte es nicht. Genau. Der nächste Schritt wäre es, die jetzt einfach alle so eine Schiebermütze tragen, die beiden Töchter, die Mutter und der Hund, alle so eine Schiebermütze. Also jetzt mal ganz ehrlich, der Hund ist für mich der Geilste, wie der auf der Schulter, wie der immer auf die Schulter geht und ohne Scheiß, guckt euch mal bitte das Logo des 1. FC Köln an. Meinst du, der hat den Geißbock im Tier? Der hat den Geißbock gemacht. Ich weiß nicht, wie der Hund heißt, also tatsächlich, ich gucke mal, ich glaube, wir werden es bald erfahren aus den einschlägigen Medien. Jori. 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 Familienhund Jori. Ja. Also, viele Hundeliebe geht zur Familie Baumgart und dem Hund. Ja, hat auch einer geschrieben, ein Hörer, wann kriegt der Hund sein erstes Merchandise-Artikel im Fanshop? Ja. Das kann sich nur um Sekunden handeln. Genau. Dann werden so Polo-Hepten verkauft, wo so links und rechts so zwei Hundetatzen auf der Schulter sind. So weiße Polo-Hepten mit der 72 drauf. Ja, aber ganz ehrlich, wenn die Fans, jetzt mal ernst, wenn der FC dafür nur drei Mikrocent einnimmt, weil es genug Leute gibt, die das kaufen, dann sollen die das verkaufen. Mir ist das so wumpe egal. Also ja, der FC, ich habe gerade so darüber nachgedacht, so mit dem Kult, als du das so gesagt hast, aber ist es nicht so, dass wir eigentlich uns genau so einen Trainer gewünscht haben? Ja, zumindest ist bei ihm mehr dahinter als bei Christoph Daum oder so. Genau. Der auch diesen Kult inszeniert hat um sich selber. Ja. Ich nehme Baumgart alles zu 100% ab. Ja, das schon. Ich glaube, wir haben es auch genug besprochen an dieser Stelle. Das letzte Wort zu dem Hörersegment gehört nach dem Jeisburg, ist nur ein Statement, keine Frage, lese ich einfach nur vor. Der Jeisburg schreibt, es muss mal Schluss sein mit dem ewigen Genöle von wegen Freiburg Angstgegner, das stimmt nicht, wenn schon, dann Bayern, Augsburg oder Offenheim. Kann man nach dem Spiel, glaube ich, sagen, das Angstgegnertum gegen Freiburg ist offiziell, zumindest in Müngersdorf, beendet. Du hast allerdings zwei Sachen überschlagen. Der Diersch, der Ed, der Diersch fragt, wann macht der FC die 40 Punkte voll? Und das kann ich beantworten. Wie viele haben wir jetzt? 32, ne? 32 in drei Spielen. Gegen Leipzig, gegen Frankfurt und gegen Fürth? Ja. Ja, drei Siege, bam, vier, Feierabend, Einzelpunkte, Mund abwischen, weiter geht's. Und dann stehen wir wahrscheinlich auf Rang 4 und dann hat der Marco bei der Podcastaufnahme keine Hose mehr an. Ähm, also, nein, also, realistisch, realistisch in, am 27. Spieltag. Was haben wir jetzt für einen, einundzwanzigsten, ne? Also, jetzt kommt der 22. Also, gegen Fürth wird man wohl irgendwie schon gewinnen, gehen wir davon aus. Ja. Leipzig und Frankfurt sind ein Punkt, sind wir schon bei fünf Punkten, haben wir 38, nee, 37. Ja, ja, ich würde sagen, ein vorher, 26. Ja. Aber so um den Dreh könnte ich mir vorstellen, dass wir da irgendwo irgendwann die 40 Punkte voll machen. Genau. Selbst wenn nicht, ist es wurscht. Hauptsache, am 34. haben wir die. Alles andere ist mir fest egal. Das ist, das ist so wahr. So, die andere Frage ist Personenkult, deswegen lassen wir die einfach mal aus. Ähm, die Frage war, wann war Steffen Baumgart? Nee, 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 der frei und ehrlich hatte nach Gefahrt, um mal etwas Salz in die Suppe zu geben. Es werden zu viele oft entscheidende Kopfball-Duelle im Mittelfeld verloren. Na, wenn sie entscheiden, werden wir ja verloren, ne? Also, ja, also ich, manchmal habe ich auch das Gefühl, so im Mittelfeld fehlt uns manchmal ein bisschen die Größe. Aber Jubicic ist doch irgendwie 1,95 oder sowas, ne? Also so klein ist der jetzt ja nur nicht. Ja, Etchan ist glaube ich irgendwie 1,5. Etchan ist nicht so groß, das stimmt. Ja, also, ja, ja, aber tatsächlich, ähm, ja, finde ich aber jetzt nicht so ganz so dramatisch. Also grundsätzlich stimmt, finde ich, verlieren wir auch immer noch, immer noch mal zu viel Kopfball-Duelle. Aber, ähm, ja, so schlimm sieht es nicht aus. Er stand übrigens nur 1,82. 1,82, aber Jubicic 1,90 locker. Aber ich glaube, der hat nicht so ein tolles... 1,80. Ja, gut, okay, aber knapp daneben. Aber so ein gutes Kopfballspiel hat der, glaube ich, auch gar nicht tatsächlich. Das hat doch bei uns auch schon mal einer gesagt, ich glaube, das war der, Ach, wer war das denn noch? Der das über Lasse Sobich gesagt hat. Weißt du das noch? Lasse Sobich, riesengroß, aber eine superschlechte Kopfballtechnik. War das nicht, äh, als wir über diese, äh, Trainingssteuerung, ich weiß gar nicht, mit wem wir darüber gesprochen haben. Ja. genau. Ich kann ja sogar sagen, wer das war. das war der Kurt, Kurt Luswigs. Genau, Genau. Ja, und ich glaube, das war bei Jubicic auch. Man darf nicht von der Größe auf die Kopfballfähigkeit schließen. Bestes Beispiel ist immer, Philipp Lahm ist einer der Kopfballstärksten Spieler der Liga gewesen. Hat halt immer nur Pech, dass er 1,70 groß ist und hat halt gegen jeden Großen keine Chance, aber hat gegen jeden Spieler in seiner Größenkategorie und auch gegen welche, die so sieben Zentimeter größer waren, immer die Kopfbälle geholt, weil er für eine gute Technik hatte. Das, ja, darf man nicht mehr nur von der Größe her ableiten. Aber ich habe es auch nicht als dramatischen Malus gesehen von uns. Aber, und Kopfballduelle hinten oder vorne zu verlieren ist, ja, das ist schon eine andere Sache. Also, im Mittelfeld, finde ich, kann man noch damit leben, mal ein Kopfballduelle zu verlieren. Viel wichtiger ist hinten, dass die Bälle rauskommen und vorne durch Modest. Ja, und überhaupt, finde ich, da haben wir auch daran gearbeitet. Wir hatten jahrelang eine zu kleine Mannschaft, weil die Innenverteidiger beide unter 1,90 waren, gerade wenn Mireille gespielt hat. Der war ja nur 1,83 und hier Zichos auch nur 1,87 oder sowas. Also, offizielle Angabe, man munkelt in echt vielleicht noch ein bisschen weniger. Und jetzt bei Ecken kann es ja, je nachdem, wie du aufstellst, kann es sein, dass da im Strafraum Modest, vielleicht statt Modest Anderson oder vielleicht sogar beide, die haben ja auch schon zusammengespielt, Jubicic, Chabot und Hübers rumlaufen. Das wäre dann schon eine ordentliche Kopfballbuch, die man da offensiv auf den Platz bringen kann. Ja, gut. Aber jetzt haben wir, glaube ich, wirklich alles beantwortet. Jetzt machen wir nur noch die Saisonwette und dann beenden wir es hier an dieser Stelle auch. Wir müssen wieder Geld bezahlen, du und ich, lieber Marco. Und zwar müssen wir einmal für ein Tor von Anthony Modest Geld bezahlen. Und das sind 5 Euro. 5 Euro, ja. Und dann für die Einsätze von Jan Thielmann, Luca Kilian und Sully Otschern. Oder habe ich einen vergessen? Nö, ne? Nö, ne, ne. Drei dazu sind wir etwa 8 Euro. Dieselbe Bilanz wie am letzten Spieltag tatsächlich. Das ist Never Change a Winning Zahlungs... MB würde ja auch in diese Kategorie der U23-Spielereien zahlen. Ja, klar. Und was ist mit Chabot? Ist der der richtige Jahrgang? Boah. Wenn er jetzt 23 noch ist, dann... Ja, wir nehmen ja auch Sully mit. Sully ist V-Jahr 98. Was ist der Chabot? Ich schaue nach. Auch 98. Das war ein paar Monate... Oh, der hat in 6 Tagen Geburtstag. Da freuen wir uns. Wir werden singen. Wenn wir seine Nummer bis dahin bekommen, kriegt er sogar eine Sprachnachricht von uns. Und der hat auch noch einen peinlichen Drittnamen nach Julian und Jeffrey. Gaston. Richtig. Gaston. Gaston. Herrscher der Welt. Ja, ja. Gaston. Julia, Jeffrey, Gaston. Also ich würde mal tippen, da er ja Deutsch-Franzose ist, ist das wahrscheinlich wie die beiden Opas. Ja, gehe ich von aus. Passt nicht so ganz nach Frankfurt, in diese Frankfurt-Ecke da mit Gaston, aber okay. Anderes Thema. Ja, also der würde auch in die Kasse einzahlen, genau wie MB. Ja, und dann hoffen wir mal, dass die alle noch möglichst oft kommen und viel Geld zusammenspielen. Wir stehen jetzt bei 268,50 Euro. Und wie gesagt, da kommt ja noch das Geld. Die Hälfte da drauf, nochmal extra oben drauf. Vom Tom. Ja. Schön. Sind wir bei 390 insgesamt wahrscheinlich. Plus, plus, minus. Ui. Ja. Die Tafeln in Köln sollen sich schon mal freuen. Und es ist ja noch lange, lange kein Ende. Sowohl der Torserie als auch der Einsätze der U21-Spieler in Sicht. Und dann hoffe ich, dass Baumgart hinten raus noch ein paar gelbe Karten abholt. Nur für unsere Saisonwette hier. Wenn es gerade ist, wenn es um nichts mehr geht. Ne? Baumy, tu es für uns, tu es für die Tafeln. So sieht es aus. Ach, und Otzer. Okay, dann haben wir es für heute geschafft. Das war die 163. Folge von Trotz dem hier. Unser Gast heute, der Ottmar. Lieber Ottmar, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Danke für deine Zeit. Ja, danke für die Einladung. Immer gerne wieder. Liebe Grüße nach Hamburg. Also von Hamburg nach Hamburg. Inzwischen, glaube ich, haben wir jeden FC-Fan von ganz Hamburg einmal zu Gast hier gehabt. Ist ja auch schön. Genau. Und irgendwann nach Corona machen wir so ein riesengroßes Public Viewing hier in Hamburg. Wenn der FC sich für die Europa League qualifizieren kann oder so. Jo. Marco, auch dir vielen Dank, dass du wieder da gewesen bist. Und ich hoffe, deine Kinder müssen nicht ins peruanische Restaurant zum Teller waschen. Nö, nö. Sieht ja gut aus. Und auch an alle, die hier zuhören und sich denken, Mensch, ich möchte ja auch mal Teil des Podcasts sein. Traut euch, schreibt uns an, schreibt mich an, schreibt den Podcast an und dann gucken wir, ob das zusammenpasst, wann ihr Zeit habt, wann wir Zeit haben. Und wir freuen uns immer, wenn sich Hörer melden, die auch mal Teil des Podcasts sein wollen. Genau. Hauptsache, ihr schreibt nicht mich an. Nein, Tratsch. Schreibt an mich an. Idealerweise den Podcast oder mich, damit ich dann die Koordination der Gäste übernehme kann. Genau. Ich leite eh alles an Marco weiter. Insofern. Das sieht aus. Genau. Ja, das und dann einfach mal unmarkierte 50 Euro rüberwachsen lassen, dann ist das gar kein Problem mit der Seite. So sieht es aus. Genau. wenn ihr gerne 50 Euro rüberwachsen lassen wollt, ohne hier Gast sein zu müssen, könnt ihr das tun, indem ihr auf www.tratsdengie.de spenden geht und dort euch informiert, wie man uns unterstützen kann. Nicht, weil wir gerne in Saus und Braus leben, sondern weil der Podcast Kosten verursacht. Und durch eure Spenden können wir kostendeckend arbeiten. Und das ist doch schön, wenn man für dieses Hobby hier nicht nur extra draufzahlen muss, sondern mit ein paar Euro im Monat da unterstützt wird. Das machen ganz viele Leute ganz toll. Wie gesagt, nennen leider keine Namen, weil wir es nicht abgesprochen haben. Aber vielen Dank an alle. sind dieses Jahr fast schon 300 Euro an Spenden zusammengekommen. Also fast so viel wie auch für die Saisonspende tatsächlich. Ja, sehr schön. Vielen Dank und ja, bleibt uns gewogen. Schaltet auch nächste Folge wieder ein. Wahrscheinlich dann nächste Woche Montag, wenn wir über einen 7 zu 0 Sieg gegen Rattenball Sport Leipzig reden werden. Bleibt uns gewogen. Macht es gut. Bleibt gesund. Und tschö. Ciao. 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 Ciao.